Hallo, hallo, hallo. Und jetzt starten wir mal wieder ins Satisfactory rein. Produziert die hier ja immer noch Funksch- oh god. Oh, nice. So. 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 Aber wie sieht es denn hier jetzt aus? Sprache wird übertragen, Ton wird übertragen. Guten Abend, guten Abend. Mein Rechner ist sau am Haken. Und ich weiß nicht warum, aber es ist unabhängig. Okay, gut. Also der Streaming-Rechner läuft noch voll funktional. So. So. Wie sieht es jetzt hier aus? So. Holen wir uns die Loops wieder. Läuft alles super. Super. Das freut mich. Ich hatte schon einen kurzen Moment der Panik. und was geht bei dir? Schönen, entspannen, ruhigen Arbeitstag gehabt? Oh, die kings. Oh, die kings. So. 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 machen wir hier eben noch die Fabrik hübsch. Wende, 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 wende. So. 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 und Matthias. So. so und matthias na ja was soll man sagen eigentlich wurde immer entspannt habe ja nur noch zwei wochen und zwei tage in der firma für heute schon auch witzig weil einer meiner einer malen der person die meinung gesagt hat du sie in den hat sie ist dann heulend raus und hat mich gefreut dass sie mir in der firma auch das leben zu heule gemacht hat da sie privat in der arbeit privates in die arbeit übertragen hat oh gott okay man muss ja auch mal ein bisschen freude bei der arbeit haben würde ich sagen und wenn das dann darauf hinausläuft krass oh man ja wir haben hier auch die computerfabrik und das alles fertig gemacht und haben das jetzt hier erstmal einfach nur so damit wir die materialien haben könnte man ja eher sagen und bei dir so eher also bei mir heute zum glück alles entspannt nicht viel zu tun aber irgendwie auch ein bisschen k.o. ich habe mich gestern ihn finden lassen gegen die grippe und das hat heute heute dann doch ordentlich reingehauen ja also ein bisschen schlapp matt aber sonst soweit ganz gut arbeit war entspannt und ja zum glück läuft das bei uns alles ein wenig stressfrei da bin ich auch heilfroh drum dass du wenigstens auf der arbeit entspannen kannst und nicht da auch noch wie du zum beispiel stress hast sie sie Das war's für heute. Das war's für heute. Das war's für heute. Heute wieder bei mir Phase 4 abgeschlossen. Oh nice. Glückwunsch. Dann geht's ja langsam voran. Okay. 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 Phase 4 kommt doch nur noch Tier 9 oder? Oh ja. Und da sind sehr, sehr nervige Sachen dabei. Also die ganzen Meilensteine und so weiter. Das wird ordentlich reinhauen. Also deswegen bis Phase 4 war noch alles okay. Und ich glaube jetzt mit Phase 5 scheppert's dann gewaltig. hier mit den Quanten und räumliche Energie und Materieumwandlung. Genau. Wie Zuschauer sagt. Ähm. Wenn du dachtest, dass alles vorher Pain war, dann schneide ich an. Und guten Abend Zuschauer. Bin mal gespannt. Hab gestern Phase 3 abgeschlossen und Tier 7 und 8. Oh ja. Dann bist du jetzt eigentlich genau da, wo wir jetzt auch angefangen haben. Ähm. Wir machen gerade alles, damit wir die Atomkraftwerke bauen können. Also wir können sie schon bauen, aber. Ähm. Wir müssen ja auch die Brennstäbe dafür herstellen und auch noch verarbeiten können. Und dann bin ich ein bisschen durchgedreht und hab eine Zugstrecke gebaut. So. 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 Förderbänder freischalten und müsstest dafür erstmal eine komplette Fabrik bauen. Kack drauf. Machst das einfach mit Coupons, schaltest das eben frei und kannst es direkt nutzen. So, einmal eben fix zurück zur Base. So, und hier haben wir unsere Alien-Rest-Verdopplung. Und Vervierfachung gemacht. Das heißt, ich habe ja jetzt zum Beispiel hier die Spucker-Reste drin. Und da würden eigentlich immer das 1 zu 1 rauskommen. Aber weil wir hier ein Somas-Loop reingepackt haben, kommt das halt noch mehr raus. Und, also verdoppelt sich. Und die DNA verdoppelt sich hier auch nochmal. Das heißt, man kriegt da vierfache Sachen raus. Und damit kriegst du dadurch natürlich einen Haufen Coupons, womit du dann natürlich die Sachen wieder freischalten kannst. Würde ich dann eher aufsparen. Und das gleiche auch mit den Schnecken. Das haben wir hier oben gemacht. Also normalerweise würdest du nur eine von einer blauen Schnecke nur eins rausbekommen. Und jetzt haben wir das auch alles hier, den Output verdoppelt. Und besonders effektiv ist es natürlich mit den lilanen Schnecken, weil man dann 20 rausbekommt. Kann mich immer noch nicht so ganz entscheiden, ob ich in meinem erforschen möchte, die Phase Tierstufe weitermache oder einfach die Landschaft erforsche. Ja, du kannst alles machen. Na dann kannst du ja auch die komplette Kette machen in deiner Atomindustrie, Dekok. Ja, das habe ich vor. Krass, das verdoppeln kenne ich auch noch nicht. Ja, das ist so Erkenntnisse von gestern. Also es hat sehr lange gedauert, bis wir auf DET gekommen sind. Und ja, wir laden die hier direkt hoch. Dass wir die ganzen Sachen direkt im DIM Storage haben. Ja, und jetzt fliegen wir erstmal zu unserer Fabrik, wo ich echt hart am überlegen war, wie ich das am geschicktesten mache. Aber mir sind da schon ein paar Dinge eingefallen. so So und hier wird es echt spannend Kann man sagen So Ich werde hier von Mani zugespammt Über TikTok Bitte was? Ja Ich? Ja du Du spammst hier Sehe ich nicht Sehe ich nicht Tu ich nicht Würde ich niemals tun Ja Ja wir hatten eben Die gleiche Situation Wie gestern im übrigen Ich saß hier Und habe dieses eine Video Von gerade eben aufgenommen Und Es kamen zwei Follows rein Und ich hab mich halb verjagt Das ist doch schön Eher ein Traum So Über TikTok Habe ich euch Habe ich auch erst Zwei gefunden Ja Da gibt es noch Sonst ganz viele Die kann man sich gerne Angucken So Moment Wo bist denn du? Warum bist du noch nicht da? Wie? Warum bin ich noch nicht da? Hä? Ach da Meine Güte Du bist sonst noch immer Ganz unten in der Liste Oh Sorry Klopf klopf Moment Au Also die volle Kette Mit Uran Plutonium Und den Entschärften Bis Plutonium Bin ich am Start Das danach Machen wir Vielleicht Später Weil das wird dann wieder übel Und da bin ich mir noch unsicher Ob ich da wirklich Lust drauf habe Komisch Ich glaube ich brauche Für OBS So einen Größeren Größeren Bildschirm Oh Das ist ja irgendwie alles zu klein Oh Das ist schlecht Ja Hä? Hat er keinen Stromanschluss? So es gibt doch hier irgendwo noch da Kann ich da nicht Gibt es hier Ach Wunderschön Was ist wunderschön? Ich habe meinen Bildschirm sortiert bekommen Ah Okay Hallo CliffX CliffX Emilio meine ich Hi Hallöchen Und willkommen im Stream So ich glaube ich brauche jetzt erst mal eine Wasserpumpenanlage Ja Ja ich wollte jetzt mal gucken Dass ich die Motorenfabrik mal Also dass das halt nicht nur eine Plattform ist Was ein bisschen schwierig ist Wenn hier überall Bäume drumherum stehen Also ich quasi durch die Bäume durchgebaut habe Hallo Burrito Hallo hallo Moin Und willkommen im Stream What Gate Die Bäume werden einfach mit in die Fabrik integriert Boah das wird so kacke aussehen Ja Ist natürlich die Frage wie du das dann geschickterweise umsetzt Ich klatsch die Wände da drüber Oh Oder so Das wird sehr interessant werden Das glaube ich Aber hey meine ähm Meine Baupläne sind im richtigen Ordner Hey Das war mehr als ich für heute erwartet hatte Ach man muss ja immer Positiv denken Aha Ich bin gespannt ob das funktioniert wie ich das hier vorhabe Oder wie ich das gedacht habe Warum Ach einfach Einfach so Ah ok Warte mal Halt Siehste da fängt jetzt schon an Das wurde eine Alzheimer Hm Warum habe ich hier denn Radiation Ah Durch die komischen Teile Ich habe euch hier Da ist was Das war es ja ok Ich verstehe Aber nehm dir doch einfach Filter aus dem Äh Ich habe die Filter noch im Inventor Ah ok Ich wollte gerade fragen Warte games Ich habe es hier Ich habe das das Und wenn ich das meine Ich habe das Ich habe es in der Überall Ich habe es hier Ich habe es hier Ich habe es hier Ich habe es hier und ich habe es hier So. Wie krieg ich das jetzt? So, da dran gesnappt, dass das hier passt. Weiß ich nicht. Ja, ich auch noch nicht. Das ist vielleicht ein bisschen problematisch, du. Ein bisschen. Ganz, ganz, ganz klein bisschen. Vielleicht noch einen weiter rein? Oder noch einen? Ich glaub so. Der Baum ist perfekt integriert, das sieht gut aus. Ha. Also, naja, zumindest ein bisschen. Fehlende Materialien? Warum ist kein... Was tust du? Nix. Du hast übrigens keinen Beton mehr im Inventar. Ja, ich weiß. Ja. Ich auch. Du auch nicht. Das ist richtig. Ah. Problematisch. Hm. Schon? Irgendwie? Hm. Ist ja kacke. Ja. Schon? Ah. 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 Huh. Alles wie geplant. Da waren sie schon wieder. Den falschen Jetpack ausgewählt. Aber auch vielleicht. Oh, Mann. Erstmal das Wichtigste in die Hand nehmen, die Kaffeetasse. Ja, kann ich vollkommen nachvollziehen. War auch heute mein Hauptbestandteil. Weil gestern war ich noch fit. Heute ist so echt so, äh. Wichtigste. Ja, fühle ich sehr. Ne, ich habe mir gestern eine Grippeschutzimpfung reingedrückt. Ah, oh. Okay. Die hat eigentlich die letzten Jahre immer super funktioniert. Aha. Na, außer dieses Jahr. Ja, ich ahne es. Oh, ne. Ass voll kacke. Voll schön da. Oh, Moment. Wo fliege ich hin? Äh. Du wolltest zur Roboterfabrik? Hm. Zur Motorenfabrik, aber ja. Äh, meine ich ja. Uh. Ich sage ja, das, äh, Zeug, ähm, hat andere Ausmaße bei mir angenommen. Ne, ich habe mich in der Gegend umgeguckt beim Fliegen und dann war ich fast vorbeigeflogen. Ah. Oh, hast du viel Beton mitgenommen? Ja. Nicht, dass du mir wieder was klaus. Nö, nö. Nö, nö, klingt eher nicht so nach Nö, sondern eher so nach Neue. Ja, ich habe mal mein halbes Inventar voll gerotzt. Ja, toll. So, jetzt hier drin muss ich dann definitiv ein bisschen umbauen. Hä? Ähm. G moderate. Oh, diese Geräusche immer. Grauenhaft. Och Gott, oh Gott, oh Gott. Och, ich habe heute, äh, äh, was richtig Schlimmes gemacht. Was hast du getan? Ich hab mich versucht, für das YouTube-Partnerprogramm anzumelden. Ja. Gerne ist. Problematik. Mein Konto war noch mit den AdSense von 2012 verknüpft. Oh. Find mal raus, wie du das wieder beheben kannst. Schwierig. Und am Ende stellte sich heraus, ich hätte noch zwei Knöpfe weiterdrücken müssen. Ja, dann kam dann da, ja, wollen sie wirklich dieses Konto nehmen oder dann doch das Aktuelle? so. 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 Bis zum nächsten Mal. Oh, ich habe mir 12.000 Beton mitgenommen. Sollte reichen, ne? Ja, ich denke. Wenn ich was welches brauche, sage ich dann einfach nochmal Bescheid, ja? Ey, so viel ist das jetzt auch nicht. Was? Jetzt muss ich nur rausfinden, wie ich das hier noch hübsch machen kann. Oh, das passt wie Arsch auf einmal hier. Ich sage es dir. Oha. Als wäre diese Fabrik nur dafür gemacht worden. Okay. Schaust dir an? Oh ja. Und zum Glück können die Drohnenports einfach durch die Sachen durchfliegen. Ja, ich hatte überlegt die Drohnenports aufs Dach zu schnallen. Ah, ja. Wird irgendwas von hier gerade schon beliefert? Ja. Aber das ist ja ungünstig, dann muss ich das ja neu einstellen. Hallo? Ja. Hallo? Hallo? Hallo, Ressli. Hallo, Ressli. Hallo, Ressli. Vielleicht bleibt es doch einfach da. Haha. Es passt halt wirklich wie Arsch auf einmal, meine lieben Damen und Herren. Es ist der Wahnsinn. Ja, das ist doch schön. Das ist ein Traum hier. Räumchen. Nur ab hier wird es nicht mehr passen. Das Lager muss ich ein bisschen verzieren. Die Frage ist nur, wie ich das mache mit vollen Containern. Äh, das kann ich dir nicht sagen. Hm. Du hast auch so ein paar zu viel gebaut, würde ich sagen. Was? Das sind nur zwei. Bei den Motoren sind es sechs. Ja, die könntest du auch alle jetzt einfach an Schredder anbinden. Oder zwei Schreddern. Alle wegschreddern und dann hättest du Platz. Stimmt auch wieder. Ich glaube, so mache ich das. Und dann setzt du einfach um. Ähm, ich hatte deine Antwort nicht gesehen. Wie viele Steuereinheiten, äh, hier Funksteuereinheiten machst du pro Minute? Ich glaube, 1,5 oder 5. Irgendwie sowas. Was? Ich hoffe bitte 5. Wieso? Ich weiß nicht, weil ich brauche allein vier. Oder ich muss halt selber fertigen. Aber ich hatte gehofft, dass ich das nicht muss. Naja, ähm, das ist jetzt auch nur, äh, Production für uns, ne? Also für, äh, unser Inventar. Was du da machen könntest, äh, du kannst ja die Fabrik bauen mit vier. Ähm. Ach, kacke. Dann werden die Supercomputer nicht mehr richtig beliefert. Ne, sonst mache ich mir eben ne eigene Fabrik. Eben. Wusst. Ja. Das dürfte natürlich auch gehen. Was? 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 Formiert sich einer Tiefelstück. Ich bin ja die Best Nemes in Cretchen. Wie? Wie? Ich bin ja die Vormenzen imuss. sehr, sehr viel. Ich bin ja die Hühle in Böcke. Ich bin ein sehr, sehr klein. Ich bin ja nicht. So, im Moment. Das geht jetzt da rein. Hier runter. Hier rein und darüber. Da runter und da. Wunderbar. Ein Traum. Sie kann zählen. Wowie. So, wie kann man das denn hübsch? Ich glaube, ich fände ein Modul noch ganz cool. Oder mehrere Module von meinen Wänden, vom Design her. Wo ich Vorleitungen bzw. Förderbänder reinführen kann. Ich glaube, das wäre noch ganz nice. Obwohl ich da auch einfach das Glas gegen eine Wand austauschen kann. Ja. Ist natürlich die Frage, was ist am einfachsten, ne? Ja, wenn ich die Wand austausche. Das Glas gegen eine Wand. Es wird vom Design her, glaube ich, keinen Unterschied machen. Ja. Meine Güte, so viele Motoren. Ich weiß, wie ich das Ganze beschleunigen kann. Oh ja. Da hatte ich gestern auch den ganzen Haufen Loops drin, ne? Loops drin, ne? Mhm. Einfach nur, um die Fabrik voll zu kriegen. Ja. Das geht doch schon bedeutend schneller. Ja. Also wenn das im Übrigen auf TikTok so weiter geht, dann, äh, Sekunde. Ähm, dann kann ich in anderthalb bis zwei Wochen auch auf TikTok live gehen. Und ich habe wohl, wie merkt, vor nicht mal einer Woche mit 100 Followern angefangen. Ja. Ähm. Dann weißt du nur, wie gestört das ist. Ja. Danke, Evil Joe, für den Follow und willkommen im Rudel. Dankeschön, dankeschön. Genau. Dankeschön, Evil Joe, für den Follow und, äh, willkommen im Stream. Wollte nicht unterbrechen. Für ein Follow werde ich immer gerne unterbrochen. Das ist gar kein Problem. Willkommen. Ähm, also ich versuche, eine Treppe zu bauen. Und was versuchst du? Äh, Motorenfabrik, äh, schön machen und. Ah. Umbauen. Genau, also wir machen sehr viel spannende Sachen. Ja. Ich muss dazu sagen, ich muss mich heute mal. Gestern war schon echt ein guter Stream, um abzuschalten. Das wird heute leider erweitert. Ist auch alles fein. Ja, aber jetzt bin ich an was Produktivem dran. Das ist schon mal sehr gut. Sehr gut, sehr gut. Bei dem Video auf TikTok, was ich eben gepostet habe, war auch einfach richtig lustig. Ich habe ja, äh, das Stofftier auf meinem Mikrofon sitzen. Ich habe gerade einen Wolfspulli an und neben mir saß noch mein Hund. Heißt, es haben drei Tiere gleichzeitig quasi mit in die Kamera geguckt. Oh Gott. Das war schon sehr lustig. Oh, und ich habe gestern eingekauft bei Friendly Fire. Oh. Da gab es, oder gibt es geile Sachen. Kann ich nur empfehlen. Glaube ich. Anstatt hier einfach so dämlich daneben zu stehen, könnte ich hier noch einen zweiten Schreiter hinbauen, ne? Sag doch mal was. Mann. Ja. Du musst Schreiter platzieren. Ja, danke. Danke für die Info. Ja, gerne, gerne. Äh, ich habe mir Mühe gegeben. Ja, merke ich, nicht. Äh. So. Äh, danke Loco Diesel für den Follow und willkommen Rudel. Schön, dass du dabei bist. Hallo, hallo, wie geht's dir? Deine Säulen im DC sind mega. Dadurch kriege ich wieder ganz viel Platz. Deine Säulen? Deine Säulen? Welche Säulen? Ich weiß auch gerade nicht. So, Säulen. Also wir haben zwei Säulen gemacht. Einmal die vom AKW und diese Kühldinger. Oh ja. Die vom AKW könnten gemeint sein. Plattform. Plattform. Ach, du meinst die, ähm, äh, für den Bahnhof und die Bahn und so weiter? Ach so. Für Zug und so. Ja. Super, das freut mich. Weil wir haben noch weitere Säulen gebaut. Die werde ich, denke ich mal, auch irgendwann nochmal auf Discord hochladen. Ich denke jetzt mal am Wochenende. Ja. Aber ich muss meine Baupläne auch noch, äh, mal zur Verfügung stellen. Ja. Ich meine, es eilt ja nicht, aber... Außerdem weiß auch noch keiner was von diesen Dingern hier, außer die Leute, die halt im Stream dabei waren. Ja. Und einfach posten wollte ich die jetzt auch nicht. Hm. Meine Güte, so viele Motoren. Da gibt es schöne Punkte. Oh ja. Ich meine, sechs Kisten voll. Bisschen was. Ja. Bin gerade fast alles am Abreißen und am Neubauen. Das macht manchmal tatsächlich auch am meisten Sinn. Ich meine, wenn ich mir überlege, wie viel wir schon abgerissen haben wieder. Und einfach komplett neu gemacht haben. Hm. Traurig, aber wahr. Oh, shoot, jetzt habe ich... So, meine Kisten sind fast leer mit Motoren. Sauber. Bei mir sieht es aus wie eine Müllhalde. Bei uns vorher auch. Joa. Trifft es eigentlich ganz gut. Joa. Gut. Kommen die halt da noch mit rein. Ich halte auch kein Problem mit. Nein. Ja, wir haben jetzt schon wieder fast zwei Tickets nur durch die... Also, zwei Tickets ein bisschen schneller bekommen, nur dadurch, dass ich die Motoren und Starttoren gerade mitschredde. Nice. Ich bräuchte noch so eine Innenecke. Ähm, was? Hm. Hm. Und einen weiteren Bauplan. Ja, ich glaube, das wird es tatsächlich, weil jetzt kann ich ja nur diese Außenecken machen, wenn ich quasi, ne? An der Fabrik außen, wenn man die halt quadratisch baut. So, aber wenn ich jetzt hier nochmal so einen Schwenk nach links mache, habe ich ja keine Möglichkeit, hier drinnen noch eine Ecke zu platzieren, weil... Naja, ich habe halt keine. Mhm. Alternativ könnte ich auch einfach eine Plattform da dran machen. Äh, ja. So, wir machen jetzt mal ein bisschen versteckte Verkabelung. Einfach in den Säulen drinnen. Kannst du fuscheln, kannst du anfangen. Ja. So, ah, jetzt weiß ich auch, was ich hier unten rausgelöscht habe. Abstrom. So. So, ein Logistik und die hier waren acht, ja. So. Ja, ich glaube, ich werde nicht drumherum kommen, als die Drohnen-Ports hier nochmal, äh... Neuzusetzen. Ja, ja. Das wird, denke ich mal, nicht anders funktionieren. Ich weiß dann aber nicht, äh, was passieren wird. Das weiß ich auch nicht. Also, von wegen, ähm... Äh, hier, wie heißt das gleich noch? Musst du dann alle Sachen neu... Ver... Ähm, wie heißt das? Äh, Moment, fällt mir gleich ein. Äh, musst du alle Ports neu zuweisen, weil du den Port gelöscht hast. Ja. Beziehungsweise, ich kann... Ne, stimmt gar nicht. Auf der anderen... Auf dem anderen Drohnen-Landeplatz ist eine Drohne drauf. Heißt, von hier aus kann ich keine losschicken und sagen, dass er da hinfliegen soll und es da einfach abholen soll. Beziehungsweise hinbringen soll. Genau. Hm. Genau, für die Kühlsysteme. Da müsste man dann nochmal hin und das eben neu einstellen dann. Ja. So, und hier... Ähm... Ja gut, die Batterien, das stelle ich ja sowieso hier an dem Drohnen-Port ein. Genau. Das war ja nicht bei den Batterien selber. Das ist easy. Nur bei den Kühlsystemen müsstest du dann vielleicht nachher einmal kurz gucken, weil ich nicht weiß, wo die Fabrik dafür steht, to be honest. Äh, da hinten irgendwo. Ja, wow. Das ist genauso gut wie die Angabe da vorne links. Ja. Achso, ich, ähm, ähm, ich hab vergessen was zu tun. Auch wenn das Ziel jetzt quasi auch schon fast erreicht ist, aber ich werde es trotzdem eben einsetzen. Oh, du hast das Ziel erreicht. Mein letztes Ziel war noch bei, äh, 649, äh, 640, aber das habe ich quasi erreicht, während ich offscreen war und jetzt bin ich bei 649 und ich stelle jetzt auf 650 und wenn jetzt noch einer dazukommt, habe ich das nächste Ziel erreicht. Oh, der hier ist auch fast fertig. Oh, der hier ist auch fast fertig. Oh, der hier ist auch fast fertig. Ja, weil ich glaube, dann packe ich die Drohnenports nämlich aufs Dach obendrauf. Okay. Ja, wird ja auch besser aussehen, denke ich mal. Aber Motoren brauchen wir nirgendwo anders, ne? Außer aktuell bei der Kühlsystemfabrik. Ne, wie viele Motoren brauchst du bei der Kühlsystemfabrik? Ja. Ich habe das jetzt ernsthaft immer nur gemacht, bis die Truhe voll ist. Ja, wäre nur gut, wenn es dann hinterher wirklich mal durchlaufen sollte, dass wir es dann nicht mehr brauchen, als wir produzieren hier. Das wäre schon ganz gut. Ja. Also wir produzieren hier gerade 20 und 8 Motoren pro Minute würde ich ganz gerne für meine Turbomotoren dann verwenden, damit ich zwei Turbomotoren die Minute herstellen kann. Ne, das sollte reichen. Okay, gut. Dann brauche ich nur noch, ich glaube, auch acht Kühlsysteme die Minute. Es sei denn, es gibt schon wieder irgendein Alternativrezept, was ich noch nicht eingeladen habe. Ja, wahrscheinlich. Ja, vermutlich. Warte, das wollen wir direkt mal nach. Wie findest du das? Finde ich super. Gut. Das wird jetzt eins zu eins auf der anderen Seite auch noch geklont. Ja, mega gut. Und dann geht es hier nämlich hoch auf eine Plattform und dann sind hier die, wie heißt es gleich noch, die Wasserpumpen. Ja, voll gut. So, da jetzt den Save-Reimer reinladen, bitte. Okay, hier geht es nicht, also lassen wir es doch auf einer Seite. Aber hier könnten wir einen Wasserturm hinbauen. Jo. So, dann reiße ich jetzt mal die Drohnen-Ports ab. Mhm. So, das sind eins, zwei, drei, vier. So, dann So. So, für das, was hier jetzt gerade rumliegt, baue ich da einfach ganz provisorischen Lagercontainer hin, damit ich nicht alle Batterien-Schredder hier mal angekommen sind, dass wir dann auch etwas Hardcore verschwendet, ja. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, das wird nervig anstrengend. Fröhlich. Vor allem, weil das hier nicht mehr so ganz so super passt. Ah, hast Hilfe. So, Wandmodul beidseitig. Nein. Servus, Anime-Fan. Wat geht? Hallo, Anime-Fan. Schönen guten Abend. Genau, schönen guten Abend. So, wir brauchen L-Speziale. Hallo, Hardcore. Was geht? Hallo, Hardcore. Hallo, hallo. Und willkommen im Stream. Im Stream. Sorry. Ach. Das geht bis dahin. Wenn ich hier die Ecke hin mache, komme ich vorher raus. Das wird nicht funktionieren. Obwohl. Obwohl. Na, vielleicht. Ganz vielleicht haben wir mal wieder mehr Glück als Verstand. Und. Das ist doch schön. Oder auch nicht. Je nachdem. Doch, doch. Ist gut, ist gut. Warte mal, ich muss hier sowieso ein anderes Modul hin machen, was breiter ist. Ha! Hat sich gerade erledigt. Unsere Probleme lösen sich in Luft auf. Ich liebs. Oh. Oh. Ich wollte gerade sagen. Hallo? So. Jetzt kommt hier dann nämlich die Ecke dran. Oh. Verdammt. So. Das wird jetzt ein bisschen schwierig werden, glaube ich. Nichts schlecht. Ich ist alle wieder dasselbe wDrarts над ihr könnt, dann wäre es so einfach ausprobiert, glaube ich. Ich habe alles dabei und glaube, dasselbe dingearten aufgereibt. Genau. So, ich habe das in die seguirfrage. Nein! Was passiert? Ich muss gerade... Nein, das war das falsche Wandmodul. Ich muss gerade gucken, dass ich das Wandmodul hier irgendwie so platziert bekomme, dass ich es ganz weit nach vorne schieben kann. Jetzt passt das schon wieder nicht, weil man hat ja nur eine begrenzte Anzahl an Blöcken quasi, die man Module mit H verschieben kann. Das ist gerade ein bisschen doof hier. Ja, kann ich nachvollziehen. Probieren wir es einfach von der Seite, vielleicht klappt das ja besser. Auch wenn ich irgendwie nicht so ganz dran glaube. Nö. Nö. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF, 2020 Das wird doch absolut kacke. Hm, ja, schade. Aber vielleicht ist das auch gar nicht so das Problem. Wenn ich das einfach weiter nach hier vorne ziehe, dann in den Baum komplett reinschiebe, dann sieht das nämlich keine Sau mehr hinterher. Hm. Ah, trägt 17 mit Selbstüberlistung. Okay. Das hier passt auch ziemlich genau. Und alle, die es sehen, wissen halt von nichts. Ihr seid zum Schweigen verpflichtet. Ob ihr wollt oder nicht. So kann man es auch machen. So, zieht keine Sau. Ist absolut so gewollt. Jetzt ist auch nicht schlimm, dass mir die eine Ecke fehlt, von der ich gerade gesprochen habe. Ich lasse es einfach so aussehen, als würde sie im Baum hängen. Das sieht aber mit dem Baum mega aus. Voll gut, oder? Ja. Auch auf der anderen Seite finde ich das voll gut. Das einzige Problem, was ich jetzt habe, ist, dass das von der Länge her nicht mehr passt. Weil, ich muss mal kurz gucken. Das muss ich, glaube ich, relativ auf die Kante stellen, das Eckmodul. Ja, ziemlich genau auf die Ecke sogar. Okay, ich muss erstmal von hier nach da hinten rüber bauen. So, die Rohre werde ich dann noch umverlegen. Gefixt wird hinterher. Jetzt wird erstmal gebastelt. Äh, was? Kann ich überhaupt nicht nachvollziehen. Mhm. Mhm. Ah. Ja. 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 Na bin Piese. What day? Hallo Piese. Bis zum nächsten Mal. 5, 4, 6, 7, 8, 9, 10. 7, 10, 11, 11, 11, 12, 13, 13, 14, 16, 17, 17, 18, 19, 18, 19, 19, 19, 19, 20, 20, 21, 22, Vielleicht hätte ich Sprengsätze mitnehmen sollen. Oh, warum das? Ach, hier ist wohl lästiges Grünzeug im Weg überall. Oh. Ja, kann ich vollkommen verstehen. Keine Kettensäge dabei, doch. Die Kettensäge schon, aber kein Treibstoff für die Kettensäge. Ja, die kannst du doch umstellen auf... Wie denn? Äh. Halt mal eher gedrückt. Ja. Oh. Äh. Dann flackerle ich so rum. Geh mal da raus. Drück mal Tab. Und geh auf die Kettensäge drauf mit dem Mauszeiger. Und ich glaube, dann kannst du mit Rechtsklick einfach sagen... Nee. Nee. Aber das macht nichts. Äh. Irgendwie konntest du das ändern eigentlich. Bin ich der Meinung. Ich passe mir einfach eben in eine Werkbank und mache ein bisschen Biotreibstoff. Okay. Deswegen packt man sowas auch ins Depot. Ja, normalerweise spreng ich immer alles weg, aber da habe ich auch nichts mehr. Ja, weil irgendjemand die Fabrik abreißen musste. Nein, es ist noch was da. Aber ich habe keins dabei. Hm. Wirklich? Hm. Wirklich? Aber irgendwer hat die Fabrik dafür abgerissen. Also die Zutaten dafür okay. Ich wollte gerade sagen, die Fabrik, die steht noch. So, hier muss ich auch mal gucken. Das Ding werde ich auch umsetzen müssen. Weil hier meine Fabrikbände durchlaufen. Ich glaube, das mache ich direkt als erstes. Frage ist nur, wohin? Das kann ich dir auch nicht beantworten. Hm, warum nicht? Weiß ich nicht. Schlecht. Ha, wie lange heute? Oh ja, wann? Oh Gott, sorry. Neu Fusky, hallo. Die nuclear pasta dauert ja lange. Das ist ja Wahnsinn. Oh ja. Einfach PC über Nacht laufen lassen. Irgendwer hat auch schon Spaß beim Fabrikabgriss gestern. Äh, ich weiß nicht. Ich weiß nicht, wer. Und, äh, wie lange heute? Äh, ich denke mal, bei mir auf jeden Fall bis 22 Uhr. Außer es knockt mich heute wieder aus. Vorgenommen wird sicher. 21, 30, 22 Uhr. Und 23 Uhr stellt man fest. Ich mache heute nur bis 21, 30. So. Genau. Und irgendwann stellt man fest, dass es schon 23 Uhr ist. Äh, und Noah gesprochen oder Fusuki. Alles gut. Hallo und willkommen. Hallo Fusuki. Äh, einfach nur, weil ich Langeweile habe. Und eigentlich was komplett anderes machen müsste, aber irgendwie, ha. Kann man darauf wetten? Ne, besser nicht. Die verliere ich nur. Die Wette. Oh ja, ich auch. Die Wette verliere ich und ich mag es nicht so gerne, wetten zu verlieren. Deswegen lasse ich das einfach gleich, okay? Scheißen-Dreck. Kriege ich auch nicht davon gesnippt. Was? Mann. Die scheiß Landschaft macht mir hier einen Strich durch die Rechnung. Äh, wo ist denn meine Fabrik hier? Oh. Hm. Erstmal wieder die Kaffeetasse in die Hand nehmen. Ja. Safety first. Unsicherheits am Arbeitsplatz. Ich habe übrigens in dem Video, wo ich gesagt habe, dass ich diese, die Norm umgesetzt habe, wurde ich gefragt, ob ich eine Baugenehmigung habe. Und dann habe ich gesagt, der Hamster hat die gefressen. Und dann wurde doch tatsächlich gefragt, ob ich eine Zuchteinlaubnis für den habe. Du hast dein Maik-Storm gestalt? Oder? Nein, habe ich nicht. Oh, oh, oh. Weil der letzte Rest kam einmal so abgeschnitten. Ach so. Ja, ich wurde gefragt, ob ich eine Zuchterlaubnis für den Hamster habe. Weil ich geschrieben habe, mein Hamster hat die Zulassung, Baugenehmigung gefressen. Naja, hättest du sagen müssen, ein wilder Echsen-Dogo hat sie gefressen. Ja, da wäre ich aber auch wieder nach einer Zuchterlaubnis gefragt worden. Was ist denn mit dem Menschen los? Und deswegen ja wild. Ach so, ja. Aber dann, nee, stimmt, ich wurde des Nagerbefalls bezichtigt. Finde ich gut. Man kann es den Leuten einfach nicht recht machen. Egal, wie man es macht, man macht es falsch. 21, 30er, 24 Stunden streamt dann. Den Tag hat Ellie nicht dazu gesagt. Oh, ja. Das Schlimme ist, man plant nur eine Stunde oder zwei zu zocken und zack, sind fünf Stunden geworden. Oh, ja. Deswegen gibt es mittlerweile das Tag Suchtisfactory in Twitch. Oh, ja. Hallo Genesis. Ich finde eure Bauweise voll genial. Bei mir wirkt es immer voll unorganisiert. Oh, ja. Ja, also der Spruch, den ich am liebsten dabei sage, ist try and error, delete and repeat. Weil mehr ist es nicht. Ja. Leider wahr. Jetzt schön alle Schilder einfärben. Was mich ein bisschen aufregt ist, dass man kein STRG V einfach gedrückt halten kann und über die Schilder drüber geht. Mhm. Jedes einzelne Schild einzeln angucken und die ganze Zeit STRG V spammen. 21.30 Uhr, 24 Stunden Stream. Oh, nee. Nee, 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 nee. Nee, machen wir mal nicht, okay? Oh, ja. Ich habe einmal einen 24 Stunden Stream gemacht. Und, was war das Ergebnis? Das ich zum Schluss hin nur noch stillschweigend vor dem Rechner saß und in die Kamera geguckt habe. Und gewartet habe, dass die 24 Stunden vorbei waren. Ich glaube, das war das 500-Follower-Special oder so. Mein Bruder und ich haben bestimmt schon zehnmal alles ab- und aufgebaut. Aber immer vergesse ich, dass bestimmte Teile noch in was anderem gebraucht werden. Und bumm, wieder zugebaut. Ja. Also wir machen mittlerweile alles über Drohnen-Ports, also dass wir uns dann quasi alles überall immer wegholen können, wenn wir es brauchen. Oder wir produzieren Teile nur für bestimmte Fabriken. Also hier zum Beispiel habe ich Stadttoren mit drin und Roh-Toren. Aber das ist eigentlich die Motorenfabrik. Ein wilder Geysir hat die Baugenehmigung weggepustet, die in den Weltraum Luft flog und zerfetzt wurde. Ja, so kann man es auch sagen. Ja, äh, das Pese, das habe ich mich auch gerade gefragt. Warum passt das nicht? Liff, sorry. Ja, wir auch alle. Hä? Woher nimmst du die Fragen von Genesis? Oh, die seht ihr nicht? Nee. Ja, äh, da steht, umgeht, also der ist als verdächtig markiert bei mir im Chat. Ah. Und dann wird er bei dir im Chat nicht angezeigt. Ja, dann musst du den genehmigen. Ich kann nicht genehmigen. Da steht nur, Achtung, verdächtig hier, umgeht möglicherweise eine Sperre, aber ich kann nichts tun. Auf den Namen draufklicken? Ja, habe ich. Und dann eigentlich, äh, genehmigen. Oh, nee, habe ich jetzt was Falsches gedrückt? Nee, habe ich nicht. Warte mal. Sie hat nicht die Genehmigung dafür. Das finde ich gut. Nee, den Account habe ich schon ewig. Ja, ich hatte auch letztens eine Freundin, die wurde auch als, äh, suspicious quasi markiert. Zack, gebannt. Oh, ich habe mich verklickt. Äh, sehe ich. Ich kann nicht auf genehmigen klicken. Geht nicht. Hängt der im Mod-Ding fest? Was? Nicht Monetarisierung. Moderation. Kann man hier... Warte, ich bin auf der Suche. Das ist dieses automatische Ding von, äh, von Twitch. Passiert schon. A38 muss beantragt werden. Hm. Äh, das ist jetzt schwierig, ne? Hm. I don't know what you do. Ich auch nicht. Ich finde es auch nirgendwo, wo man verdächtige Zuschauer freischalten kann. Bin ich, bin ich nicht alleine, konfust. Confused as fuck? Ja. Also, ich bin in einigen Kanälen Mod, aber habe so ein Markierung bisher nie gesehen. Ja, das ist neu. Das ist das Beta-Tool, äh, von, äh, Twitch. Und geht möglicherweise eine Sperre. Ja, nee. Ich möchte es gerne... Ich möchte es gerne freigeben, bitte. Fix suspicious. Lass mich freigeben. Ich entscheide, was hier suspicious ist. Suspicious. Hallo. Twitch, bitte. Hm. Ich, äh... Genesis hat nur den A37er Passierschein. Awww. Das hat ihm durchgefallen. Oh. Jetzt habe ich deinen Stream auf Taxfix umgestellt. Hm. Also, hier steht aber auch, dass du den Account erst heute erstellt hast. Oh. Äh, ich mache selbst einiges auf Twitch, äh, aber das hatte ich auch noch nicht. No Werbung. Äh, komisch, Abbruch. Also, äh, du, keine Ahnung. Oh, ich weiß, wo der Fehler liegt. 40 Zentimeter vorm Bildschirm. Das ist mehr als 40 Zentimeter. 60, 43,5. Ah. Äh. Ich habe ihn lange nicht genutzt. Hm. Keine Ahnung. Ich sehe deine Nachricht. Also, alles fein. Ja, dann musst du leider fleißig vorlesen. Das kriege ich mit Sicherheit hin. Ah, das kann sein, dass der Account 24 Stunden existieren muss. Und dass er deswegen bei uns dann als Suspicious angezeigt wird. Hm. Aber der Account von meiner Freundin von mir wurde auch als Suspicious markiert. Und die hat den Account schon seit zwei Jahren. Ja. Was soll man da sagen? Ein Fack ist konfust. Guck mal auf einmal. Passt es auch. Ist ja, ah, ah, Hilfe. Ich falle. Schön. Jetzt steht der Baum mitten in der Fabrik drin. Naja, auch nicht schlimm. Also, direkt in meinem Twitch-Stream sieht man ihn nicht. Guck mal, Genesis. Wir können jetzt einen Privat-Chat haben. Ach stimmt, wollt wir heute nicht bei Peanut nachher noch vorbeischauen? Ja, wenn er denn online kommt. Ja. Oh Gott, lassen wir nicht in Wasser tun. Äh, könnt ihr mir einen Tipp geben, wie ich bei meiner Alu-Schrott-Produktion das gescheit hinbekomme? Ich hab mir, ich hab immer zu viel Wasser als Abfallprodukt, obwohl ich keine Pumpe dran hab und das Wasser nutze, um Alu-Oxid-Lösung zu machen. Ähm, hast du den Calculator verwendet, um mal durchzurechnen, ob das von der Menge her passt? Ähm, das kann sein, dass du den Wasserflow beschränken musst. Mit einem Ventil? Ja. Das hatten wir nämlich auch und dann hab ich das einfach mit dem Wasser, äh, mit dem Ventil den Rückfluss blockiert und dann hat's geklappt. Und dann hab ich das einfach mit dem Wasserfluss blockiert und dann hat's geklappt. Jetzt habt ihr über Peanut geredet. Jetzt ist er gleich da. Ja, ich glaube auch. So bin's und was ich tun. Der kann das quasi riechen. Äh, direkt in den Twitch-Stream sieht man sie nicht. Es gibt viele besondere Momente im Leben. Einmal Baum fällen, bitte. Ich glaub, die Bäume bei dir sind unsprengbar, ne? Ja. Ja. Außer der hier unten, den müsste ich wegmachen können. Nee, den Fabrikator von Chaos hab ich noch nicht angeguckt. Und Peanut wird wahrscheinlich gleich spawnen. Und, äh, ich bin zum Wasserturm gesprungen. Oder die Pumpen runterstellen und die Pumpen von oben in das Rohr führen, wo das Abwasser zurückgeführt wird. Die, ja. Ja, hab ich durchgerechnet und so eingestellt, dass ich sogar zu wenig produziere, produziere, als ich brauche. Und einen Tank und eine Pumpe ans Rohr gesetzt, damit es in die Raffinerie für die Lösung pumpt. Aber dennoch immer zu viel. Ich hab die bei uns leider nicht gebaut. Nee, ich hab das am Ende mit Ventilen gemacht. Einfach nur, weil es zu blöd wurde, könnte man schon wirklich sagen. Nein, nein, nein. Hm? Warum hat er denn jetzt das... Ist wie bei Beetlejuice, da muss man dreimal den Namen sagen, dann taucht er auf. Wie kann ich denn... Mann. Kackteil. Jetzt muss ich wieder hochlaufen. Fantastisch. Ist eine gute Idee, um die Kabel zu verstecken. Ich finde auch, das hätten wir viel öfters machen müssen mit irgendwelchen Sachen Kabel verstecken. Das einzige Problem ist jetzt halt nur, dass der Kabelanschluss eigentlich kacke ist, weil der ist nur für Beleuchtung zuständig. Töne Kabel ist ein bisschen schwierig. Ich kann nicht gar nicht mehr für die Kabelanschlussfläche. läuft das jetzt hier auch wahrscheinlich noch nicht ganz danke gabagandai für den following schön dass du dabei bist gabagandai vertritt uns auch ein traum ich darf ein neues ziel einrichten sauber bei wie viel bist du dann jetzt bin ich bei 650 und doch ja genau bei 650 und das ziel ist jetzt auf 660 ja voll gut mehr als doppelt so viel wie bei mir so wieviel power plant ihr mit dem reaktor zu machen 6 oder 800 ich bin mir da grad unsicher vor allem finde ich die zugstrecken von der cock cool oh ja die sind richtig gut hier unten sieht man auch noch das sind auch sind das ne gar nicht wahr das sind förderband halter förderband halter genau das sieht auch richtig richtig gut aus das sieht aus wie so lollipops die da irgendwo dagegen drauf stehen ja aber es ist voll geil matthias gigawatt wir wollen die cent übertreiben so ich muss leider los sorry ich muss leider erst mal wieder raus morgen frühschicht habt noch viel spaß dankeschön fuzuki dir einen schönen abend schlaf gut gute nacht und träum was schönes und danke für den follow gabagandai von willkommen im stream wie löst ihr das mit dem uranmüll bei euren reaktoren wir haben noch keine reaktoren die uranmüll produzieren dankeschön fuzuki genau also ich bin jetzt gerade an der produktion der brennstäbe dran sobald die fertig ist die ist darauf ausgelegt dass wir 64 64 reaktoren 100 23 250 prozent übertaktet laufen lassen können oder 300 prozent übertaktet ich bin mir gerade unsicher und den abfall müssen wir dann noch mit einer weiteren fabrik verarbeiten das kommt dann aber noch was zur hölle habe ich irgendwie verkackt oder so weiß ich nicht warum passt das denn nicht das weiß ich auch nicht also wir wollen die übertakten auf 250 prozent das heißt am anfang wird erstmal einfach nur normale akw produziert und dann wenn einer von uns sagt oh wir haben stromprobleme kann man dann da einfach hinfliegen und energie schnecken rein schmeißen aber die fabrik soll auf 100 prozent laufen hier damit wir mit den uran brennstäben punkte generieren bei mir bekommen meine fünf reaktoren zu wenig wasser selbst mit 15 punkten moment mit 15 wasser extraktoren oder 15 punkten das kann sein ein wasser extraktor kann nur 120 wasser produzieren und eine rohrleitung kann leider auch nur 600 kubikmeter wasser tragen nachher das problem hat mir schon mal öfter das ist an den rohrleitung und nicht an der anzahl der pumpen lag dann viel spaß mit den teilchen beschleunigern ja die werden auf jeden fall strom ziehen ich mache meinen strom momentan mit treibstoff generatoren mit raketen treibstoff ja wir haben 25 gigawatt glaube ich laufen über treibstoff generatoren mit turbo fuel ja mit den extraktoren habt ihr aufgewertet ja da musst du gucken wie viel die produzieren also wie viel wasser produziert du denn pro minute oder förderst du pro minute weil wenn das über 300 ne gar nicht war über 600 kubikmeter bei den mk2 und über 300 kubikmeter bei den mk1er rohrleitung ist dann schaffen deine rohre das einfach nicht die mängel zu transportieren genau nehmen wie viel wasser du mit dem förderst meine ich oder meinst du mit den treibstoff generatoren wie viel damit herstellst die rohre sind mk2 und die extraktoren machen 300 kubikmeter die minute pro extraktor ja dann liegt es definitiv an deinen rohrleitung also sei denn also moment bei 15 extraktoren brauchst du auf jeden fall siebeneinhalb rohrleitung um das wasser überhaupt transportieren zu können so ich muss auch los morgen um drei uhr aufstehen auch einen schönen abend noch eine gute nacht ich will das wünsche ich dir auch eine gute nacht schlaf gut und ich hoffe erholsamen schlaf trotz des hintergedanken dass man suchtes spielen könnte schlaf gut evil ja 68 megawatt strom mache ich mit 46 treibstoffgeneratoren meint 68 gigawatt ne megawatt für echt absehlich nein 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 er hat 68k megawatt also 68.000 megawatt ja so ein 68 gigawatt das ist ja wir produzieren mit mehr treibstoffgeneratoren weniger weil wir nur turbo fuel verwenden und ich keine lust hatte hinten alles umzubauen genau weil das wäre glaube ich next level nervig geworden ja next level next level bullshit okay dann weiß ich jetzt woran das mit dem wasser liegt ja also wie gesagt es wird definitiv an den rohrleitungen liegen die die menge an wasser überhaupt nicht transportieren können äh zuschauer nimmt nur eine gute ölquelle auf rocket fuel hallöchen ich wünsche euch einen schönen stream danke wünsche ich dir auch und hallöle dankeschön und ich nehme nur mit 240 generatoren 64 gigawatt ab aus ich ja Matthias, ich mache dann bald mit 340 Generatoren 212,5 Gigawatt Und Zuschauer, das sind 30 AKWs an Leistung Das wird wahrscheinlich echt nervig mit unserem Plan hier So, sind wir jetzt schon höher Ja, komm, den hier setzen wir noch und dann sind wir höher So Ja, Raketentreibstoff verbraucht auf 250% nur 10,75 Kubikmeter die Minute Ich hatte trotzdem keine Lust alles da hinten umzubauen weil unsere Stromproduktion echt riesig geworden ist und das sehr aufwendig wäre das jetzt alles auf Raketentreibstoff umzurüsten Oh ja Muss ich sagen hätte ich auch echt keine Lust dann nochmal drauf gehabt So gar nicht Okay, ich nutze auch noch 21 mit Turbotreibstoff und da ich davon zu viel produziere habe ich äh verarbeite ich den Rest zu Raketentreibstoff und wenn ich die synthetischen Energiezellen herstelle verarbeite ich den Rest Das klingt gut Ja So Ich hätte das gern Eins, zwei Ich melde mich freiwillig Oh Gott Eins, zwei Klingt nicht gut Ionisierter Treibstoff verbraucht zu viel Energie in der Herstellung Das lohnt nicht Äh Rocket Fuel ist der Weg Ähm Zuschauer Sorry 24 AKWs 2,5 pro AKW Ja das ist Ach Gott Ich hab vier Mitteilungen von separate Mitteilungen von Oh Gott Was? Mein komplettes Handy ist hier grad am durchdrehen Warum? Äh Vier separate Mitteilungen von TikTok Eine von Twitch Ähm E-Mails Und Oh Gott So Ich hab von 100 Turbo Fuel Generatoren auf 100 Rocket Fuel umgebaut war nicht allzu aufwendig und äh und könntest also jetzt jederzeit noch Generatoren dazu bauen Ja So Das ist Ähm Oh Gott Ehm Äh Ich hab Äh Und Äh und Und Ich bin mit meinem Bruder gerade dabei, einen AKW-Setup zu bauen, das lästigste daran ist eigentlich nur Salpetersäure. Beim AKW habe ich mich bis jetzt eigentlich auch nur um die Wasserextraktoren gekümmert. Nein! Doch. Zum Glück muss ich sagen. Wieso zum Glück? Ja, ich fand das Rumgefiddeln mit den Teilen echt nervig. Achso, so meinst du das, ja. Ja. Ja, es ist ein bisschen anstrengend gewesen. Ich kann auch gleich mal kurz hinfliegen, dann zeige ich es mal. Was war, oh? Achso, ja, ich habe hier vielleicht ein paar Platten vergessen gehabt. Ah, okay. So, hier möchte ich jetzt die Drohnen platzieren. Heißt, das hier brauche ich nicht mehr. Ja. 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 Hier muss dann noch eine innere Ecke rein. Das könnte vielleicht ein bisschen knapp werden. Oh Gott. Alle drehen wieder durch. Oh, ich hab grad schon. Ich fand die alternative Rezepte charmant. Mach jetzt Heavy Oil zu Fuel und das sofort zu Rocket Fuel. Theoretisch könnte ich 144 Generatoren anschließen. So habe ich aber immer Fuel übrig für die Drohnen. Nice. Und hallo, Peanut, you have arrived. Wenn du Öl zu, ja, das kannst du, ja, hast und den dann zu Fuel ist die Ausbeute höher. понимаю, Compact Kohle? Die Compat Kohle kannst du für Rocket Fuel nehmen und brauchst damit nur Schwefel anliefern. Also, Professor Halk, hallo, danke erstmal für deine Videos auf TikTok. Er hätte mal eine Frage, wofür sind die Flüssigkeitstürme gut? Das, was ich jetzt hier gerade baue, ich mache damit einen Druckausgleich auf sämtlichen Leitungen, wenn alles klappt. Das ist jetzt ein Test. Und dann brauche ich keine Pumpen zwischendurch bauen, sondern kann einfach die Wasserleitung da hinten hinlegen. Und habe eine maximale Anzahl an Druck auf einer anderen Leitung. Also der Pegel der Wasserleitung nimmt sich den höchsten Pegel vom angeschlossenen Rohr. Und wenn man dann hier was ganz nach oben pumpt, und das habe ich jetzt nur gemacht, damit es hübsch aussieht, und dann wieder runterlaufen lässt und dann die anderen Rohre anschließt, dann gleicht sich das alles aus. Ja, er muss dann nur Polymer schreddern. Genau, das hat man hier auch gemacht. Oh Gott, der Shad ist aktiv. Oh ja, ist er. Hab dieses non-permanente Boxen-unter-Wasser-Typ, um diese wegzubringen. Hab dieses non-permanente... Okay, da ist er, der Peanut. Ich nehme alternative verdünnter Treibstoff aus dem Mixer. Oh, nice. Ach, unter Wasser-Tipp, um diese wegzubringen. Ah, okay. Das ist doch aus Schweröl-Rückstände, oder? Ja, ich glaube ja. Okay, nice. Danke, bitte, bitte. Äh, genau, genau, genau. Äh, und Silbergecko. Hallöle und Juden-Tach. What geht bei dir? Hm. Ich bin hier an Verzweiflungstaten dran, oder? Es fängt langsam an zu funktionieren. Ah. Ah, solche Boxen, wenn man zu viel im... Oh, ja. Ähm. Oh, ja. Ich hab... Äh, einfach hingehen und ausleeren. Ja, wenn die unter Wasser sind, kommst du doch nicht mehr ran. Glaube ich. Ich glaube, du kannst in dem Spiel nicht tauchen, oder? Nope. Nee. So, das muss ich hier nochmal abändern, weil so funktioniert der ganze Bums leider nicht. Wär ja auch zu schön gewesen. Äh, aus Höhen springt dann taucht er etwas. Äh, doch, du musst ins Wasser fallen. Ah, okay. Heyho, nicht viel. Liegt gerade im Bett. Da mir grübel, übel, übel. Was? Da mir gerade übelst übel ist, aber joa. Äh. Das ist nicht so gut. Ja, das ist echt nicht so gut. Also, ein Tipp von einem, der vom Dorf kommt, wirf den Anker raus. Ein Bein muss das Lattenrost berühren. So wird, ähm, dir vielleicht nicht noch schwindelig dazu. Und gegen Übelkeit, keine Ahnung. Also, was ich da gemacht hab, ist mir den... einen Liter Wasser trinken und dann den Hals, äh, den Finger in den Hals stecken, einfach ums loszuwerden. Okay. Joa, war das Effektivste. Ähm. So. Oder eine Schräge runterzoomen. Und dann, ah, und dann tauchst du an der Schräge runter. Ah, Pese, das war nicht nett. Ähm. Jo, hättest du irgendwelche Tipps, wie man so mit dem Zugsystem anfangen kann? Ja, aber leider muss ich da Pese irgendwie so halb zustimmen. Ähm. Langsam anfangen. Deswegen hab ich mir zum Beispiel die Baupläne gemacht. Ähm. Einfach, damit ich einen Anfang hab und mir nicht andauernd neue Sachen ausdenken muss. Und damit hab ich dann jetzt einfach gebaut. Ja. So hab ich das hier bei der Fabrik ja auch gemacht. Ja. Ist einfacher, als wenn man sich dann jedes Mal wieder was Neues ausdenkt. So hat man dann einmal quasi einen groben Leitfaden, wie man's bauen kann. Und dann geht man das nur noch ab. So. So, hier brauch ich auf jeden Fall die beiden Plattformen schon mal. Hier muss ich noch ein... Nein. Stopp. So machen wir das schon mal gar nicht hier. So. Weil hier kommt dann noch Drohnenbrot hin. Yes, genau. Du bist bei mir im Chat. Falls das für einige verwirrend ist. Äh. Wir haben einen geteilten Chat. Das heißt, wenn ihr... Egal wo ihr guckt, wir können auf beide Chats reagieren. Was ganz nice ist. Jo. Und ihr seht auch alles, was die anderen schreiben. Also, benehmt euch. Oh. Genau. Und das PESA hat es gerade gepostet. Ähm. Da gibt es den Multishat. Äh. Multitwitch. Da könnt ihr beides gleichzeitig gucken, um noch verwirrter zu sein. Ja. Genau. Ähm. Ähm. Was war nicht nett. Okay. Okay. Das mit dem Zügen. Die Drohnenbrotzen machen mich fertig hier. Ich weiß noch nicht, wieso. Äh. Äh. Ich bin mit dem Discord. Äh. Genau. Hier geht's. Ja. Außer von Manis Lieblings. Genesis oder so. Äh. Ja. Ähm. Genau. Also, äh. Ich kann mal ein wenig Schienensystem zeigen. Also, ich hab echt einfach nur angefangen, erstmal eine Gerade zu planen und dann eine Schräge. Und dann brauchte ich eine Kurve. Also, hab ich eine Kurve gebaut. Ja, also deswegen das Zugsystem. Also, das komplette... Das ist so bescheuert, wenn man das eigentlich mal sich ausdenkt. Äh. Nicht ausdenkt, zusammenfasst. Ähm. Das Zugsystem wurde gebaut, damit ich einfache Materialien an die AKW-Produktion bekomme. Das war ungefähr vor 14 Tagen. Moin, Spirit of Office. Hallo, Spirit. Und seitdem sind wir eigentlich dabei und haben angefangen, zum Beispiel das Zugsystem hier zu benutzen, was man jetzt hier so dezent in der Ferne sieht. Und, äh. Wenn man das Bauprinzip dahinter einigermaßen verstanden hat, was echt kacke an den Bauplänen ist, dann sind die echt easy zu bauen und, ähm, weil Bahnhöfe, die, die ich geplant habe und gebaut habe, immer kacke aussahen, habe ich mir sogar einen Bauplan für den Bahnhof gemacht, damit die überall identisch aussehen. So, und das ist das Bahnsystem. Und weil ich eine höchst intelligente Person bin und keinerlei Fehler vorweisen kann, habe ich keinerlei Richtungsmarkierung an die Pfosten angebracht, damit ich weiß, in welche Richtung der Zug fährt. Natürlich, natürlich. Und hier sind auch keine Pfeile auf den, ähm, Plattformen, damit ich weiß, in welche Richtung der Zug angeschlossen werden muss. Natürlich nicht, weil du bist ja eine höchst intelligente Person. Da brauchst du sowas ja nicht richtig. Genau. Dachte ich mir. Das ist auch echt, eigentlich ist es ja völlig bescheuert. Man plant hier nach deutschem Bahnprinzip eine, oh Gott, sieht das kacke aus, ähm, eine, äh, Bahn, die funktional ist und läuft und, ne? In einem völlig übermüdeten Zustand und irgendwie sieht es gut aus. So, so, Spirit hatten wir schon, hallo gesagt, äh, Zug nervt, wenn man versucht, dieses Fundament zu setzen, weil ich immer 90 Grad Kurven liege. Ups! Ähm. Ähm, Unfall! Don't chat a drive. Mhm. Und der Chat ist schuld. Ja, ja, ist klar. Jetzt ist es wieder der Chat. Seht ihr? So einfach werdet ihr hier abgestempelt. So. Fährt der jetzt noch weiter? Oh, oh. Stau. Äh. Immer dieses, Moment. Na. Hey. Kann ich hochscrollen? Äh, immer dieses Licht, dieser Lichtbug, wenn die Bahn geplaced wird. Oh ja. Ich hab einfach noch nie eine Bahn geplaced. Äh, in dem heutigen Patch habe ich einen Eintrag gesehen, was mich so richtig gewundert hat. Fixed Water Extractors, sometimes giving nuclear waste in some locations. Ja, diese Pressurized, äh, Geschichten. Ah, das ist ja ungünstig. Mhm. So, hier hätte ich dann gerne noch einmal, dass hier die Motoren hinterher wieder reingepumpt werden. So, da kriegt er jetzt erstmal hier ein bisschen Batterien. So, oh Gott. Äh. Modern. Deutsches Bahnprinzip. Also immer zu spät. Äh, nee. Die Züge fahren außerordentlich positiv und pünktlich. Das ist echt verwunderlich. Und, äh, Spirit, in dem heutigen Patch habe ich einen, okay, das, äh, das waren diese Pressurized, äh, da wo du diesen, äh, Kompaktor draufbauen kannst. Die sind wohl hart am Rumbuggen gewesen, oder immer noch. Wir haben es nur noch nie eingesetzt, deswegen kann ich es halt hinten und vorne nicht sagen. Oh, oh, nein. Unfall. Kein Unfall. Glück gehabt. So, das Ding hier hat jetzt natürlich noch keinen Strom. Sorry. Das war's mit dem Zugführerschein. Zum Glück hatte ich nie einen. Ähm. Da habe ich auch noch nicht schlecht geschaut. Wie kacke ist das bitte, dass du dann plötzlich... Hier ist Wasser. Und hier hast du Nuclear Waste. Und du kannst es nicht entsorgen. Also, Pech gehabt. Stirb. Ja, genau, stirb. Ähm. Äh, das hatte ich, als ich Alu gebaut habe. Da durfte man nicht weiter als ein Kilometer oder so von den Wasserextraktoren weg sein. Weil sonst stand da Nuclear Waste. Was zur Hölle. Das war auch bei normalen Wasserextrakt... Oh Gott, im Redwood. Oh. Da haben wir zum Glück nichts... Also, da haben wir zwar gebaut, aber keine Wasserextraktoren platziert. Habt ihr abgepacktes Turbostreibstoff? Damit fliegen die Drohnen schneller. Ey. Wieso fährt er jetzt in die falsche Richtung, das Kackteil? Ne, haben wir nicht. Wir haben, äh, unsere Drohnen laufen aktuell nur mit Batterien. Genau, weil die am effizientesten sind. Also, finde ich zumindest. Wenn ich da jetzt einfach einen Splitter drunter schmeiß, wird das wahrscheinlich nicht so wahnsinnig super funktionieren, oder? Genesis wird nur bei dir im Chat gemobbt und nicht bei mir. Möchte ich nochmal so festhalten. Ah. Cool. Äh. Finde ich irgendwie frech, muss ich sagen. Gut, dass ich erst damit anfange, so kriege ich den Bug gar nicht mit. Aber das ist so ein Kack-Bug. Das ist richtig Kacke. Äh. Ich lass das mit Treibstoff liegen, hab immer zu viel davon. Ähm. Hatten wir auch am Anfang. Danke für den Zap-Silver-Gek-Gek- Äh. Silber-Gekko. Dankeschön. Das freut mich sehr. Und ist mir gar nicht unangenehm. Überhaupt nicht. So wie ungefähr jedes Mal, wenn dir jemand zappt. Oh. Ich muss eigentlich noch das... Ähm. Das wie... Ein, ähm, Clip machen von dem, was Trojaner gestern... Ne, vorgestern mit mir angestellt hat. Oh, was hat er getan? Zehn und fünf Subs rausgehauen. Ach du Scheiße. Hm, das war ein wenig unangenehm. Ach Quatsch. So. Kann ich mir bei dir ja gar nicht vorstellen. Effizient, aber langsamer sind die Drohnen mit Batterien. Auch hier ist Rocket die optimale Lösung. Oh. Das wollten wir nicht hören, Zuschauer. Ne, das kam jetzt von Peso. Äh, aber, äh, Zuschauer setzt noch einen oben drauf. Oh, deswegen. Ich hab nur Zuschauer gesehen. Jippie, hab heute ein neues AKW geplant. Oh, hau raus. Wie viele AKWs willst du setzen? Mit den Konvertern kann man ja wirklich komplett sich Bauxit ranholen bis zum Geht nicht mehr. Und einfach sagen, mwah. Dann machen wir nur noch mit Uran weiter. Äh, Silver Gecko. Ein Hacker? Nein, kein Hacker. Ein Trojaner. Ein netter Trojaner. Der hat mir Geld gegeben. Er wollte kein Geld, dass er meine Festplatte verschlüsselt hat, oh Gott. Weil er meine Festplatte verschlüsselt hat, sondern... Oh, nö. Jetzt laufen hier Filter im Kreis. Oh. Äh, bei mir sind die Rohre oft verbuggt. In einigen Abschnitten ist immer mal einfach eine Flüssigkeit, die nichts... Äh... Nichts heiß drin. Und im nächsten Abschnitt wieder Öl- oder Salpetersäure. Oh, das stelle ich mir auch hardcore nervig vor. Ja, da müssen die leider die Röhren komplett neu gesetzt werden. So, alle Filter wieder mitgenommen. So, ich hab mich verklickert. Da. Das ist schlecht. Äh, bin erstmal weg. Bye. Bye, bye, Silver Gecko. Und schön, dass du reingeschaut hast. Genau. Äh, schönen Abend dir noch. Danke für den Sub. Und dann... Schlaf später gut und erhol dich gut. Genau. So. Oh mein Gott. Hatte mich verrechnet. War bei... Circa 2,5 Millionen Megawatt. Hm. Ein Ungläubiger im Haft des Meisters. Verdammt ist über dich. Verdammt sein wirst du, stinkender Moderteppich. Ähm, das ist jetzt ein bisschen seltsam. Aber, Silver Gecko, danke für den Follow. Sehr cool, sehr cool. Genau, wegen... Lol, einfach gesuppt, aber nicht gefolgt. Ich wusste gar nicht, dass das geht. Ich dachte auch, dass der Sub-Button gar nicht angezeigt wird, wenn man nicht folgt. Äh, ja. Aber bei Geld sagt Twitch nicht frei, äh, Twitch nix, äh, ja. Nicht nein, ja. So. Gecko macht's möglich. Ja. So. Ja, das nervt vor allem, also macht es gut und schönen Abend dir. Und, ähm, ich drück die Daumen, dass das bald alles vorbei ist. Ja, bei mir ist es übergeguckt. So. Äh, ja, das nervt vor allem, oder das nervt vor allem, wenn man 5 Kilometer Rohr ablaufen muss und den Fehler zu finden. Oh ja, wem sagst du das? Oh ja, das ist ultra nervig. Ja, ein Tipp gestern aus dem Chat war übrigens, warum unsere Turbo-Fuel-Produktion so am Flackern ist. Die Rohre sind zu nah an der Grenze gebaut, weswegen die nicht genügend Durchlass haben. Zu nah an der Grenze gebaut? An was für einer Grenze? Äh, 300er Füllung. Digga! Danke, Digga, für dein Follow und willkommen im Rudel. Schön, dass du dabei bist. Hallo, hallo. Also, dann sind drei, drei Identitäten hier an der Belastungsgrenze. Du, ich und die Rohre. Ja, das ist eine ziemlich solide Zusammenfassung von dem, was hier abgeht. Ah, komisches Spiel. Führt alle möglichen Süchtigen zusammen und die verteilen Geld, weil sie Suchtmittel sehen. Eigentlich sagt man ja, die Drogen, die man verteilt, soll man selbst nicht nehmen, damit man mehr verteilen kann. Ich weiß nicht, was wir hier falsch machen. So. Hey, hey, hey. So, ich schau mal wieder rein, muss mal ein bisschen was machen auf der Arbeit. Alles klar, mach das, mach das, mach das gerne so isst. Und danke fürs Reinschauen. Genau, danke fürs Reinschauen und bis später. Hallo, Muckelchen. Hallo, Muckelchen. Hallo. Wie heißt der Hund eigentlich richtig? Vila. Wie? Vila. Mila? Ja. Okay. Die heißt eigentlich immer nur Mila Muckelchen. Ah, okay. Ich hab nämlich nur, ähm, Vila verstanden. Und dachte mir so, hä? Dass sie einen wie dich hier reingelassen haben, ist schon ewig nicht mehr vorgekommen. Oh ja. Dass sie einen wie dich hier reingelassen haben, ist schon ewig nicht mehr vorgekommen. Was denn? Ja. Dass sie einen wie dich hier reingelassen haben, ist schon ewig nicht mehr vorgekommen. Jetzt ist das Mikrofon, da kannst du nicht reinsprechen. Und wenn du bellst, dann sind meine Zuschauer alle taub. Und das wollen wir auch nicht. Dass sie einen wie dich hier reingelassen haben, ist schon ewig nicht mehr vorgekommen. dass sie einen wie dich hier reingelassen haben ist schon ewig nicht mehr vorgekommen dass sie einen wie dich hier reingelassen haben ist schon ewig nicht mehr vorgekommen da kringt sich einer weg ja ich glaube auch das ist überhaupt nicht unangenehm das pese dankeschön für 10 subs eine suchtspende ja dankeschön danke ist das unangenehm warum so rot dreimal darfst du fragen und peanut antwortet miau darf er dann jetzt nur noch ein zweimal fragen weil einmal hat er schon gefragt du hast gesagt dreimal darfst du fragen so aber er hat ja jetzt quasi schon einmal gefragt darf er dann jetzt nur noch zweimal ja aber da grünscht sich einer weg ja aber danke 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 freut mich sehr und da kann ich ja langsam mal eine werbeunterbrechung reindrückende kriecher keiner mit danke also es freut mich sehr und auch schon wieder ein halb train ist das schön feier ich so ein bisschen ja ich auch also über geld freut man sich ja immer aber trotzdem ist das echt unangenehm ich hoffe du spendest da nicht deine letzten peanuts deine letzten peanuts du willst peanuts spenden nein nein kennst du das nicht das ist so ein sprichwort apropos warte apropos was lieb ich also alle schön brav immer das geld zusammenhalten und bloß nicht sinnlos ausgeben ich bin da zum glück überhaupt nicht drauf angewiesen nur dass ihr bescheid wisst aber es freut mich mega dankeschön so weißt was noch next level unangenehm ist nein aber du wirst es mir mit sicherheit jetzt erzählen ja ja einfach weiterzumachen das ist voll komisch ja das kann ich absolut nachvollziehen ich stehe im brot und lohn keine sorge her zum glück hallo 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 ich komme mit dem namen nennen wir dich tomic hallo 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 ha Dass sie einen wie dich hier reingelassen haben, ist schon ewig nicht mehr vorgekommen. Dass sie einen wie dich hier reingelassen haben, ist schon ewig nicht mehr vorgekommen. Ja. Dass sie einen wie dich hier reingelassen haben, ist schon ewig nicht mehr vorgekommen. Ah, ich liebe es total. Dankeschön, das Pese. Ich fange auch an zu streamen, zweite Geldquelle. Ähm, Utomic, äh, sorry, ich bin ein wenig durch den Wind. Äh, das Pese, danke für die fünf weiteren Subs. Oh. Mach's so weiter, es ist ihm richtig unangenehm und ich find's ultra witzig. Ich find's einfach ultra witzig. Der hat schon 20 Stück rausgehauen, das ist, äh, das ist viel Geld. Das ist das erste Mal, dass ich das hier sehe. Ja, Zuschauer, ähm, wir sind da auf dem selben Level. Und schon Level 4. Äh, was ist Level 4? Der Hype Train. Ach, der Hype, oh Gott. So was gibt's ja auch noch. Ach, da ist ein Elektroschneckchen. Ja, die gibt's auch noch. Ich wollte eigentlich das Kabelhabenspiel, aber okay, gib mir den Drohnenlandeplatz. So, also, du könntest an deiner Kühlfabrik, ähm, jetzt die Motoren wieder nachfragen. Schaffen wir den Rekord von der... Oh nein. Fokussiert hier euch nicht auf, äh, weitere Suchtziele, nur weil ihr ein Level erreichen wollt. Ihr habt hier schon Satisfactory. Das ist Suchtpotenzial genug für euch. Reißt euch zusammen. Dankeschön. Ähm, du wolltest Kühlsysteme anschließen? Ja, an den Drohnenport. Okay. Das sollte... Warte mal, warum wird das nicht weiter beladen? Warum hat der 40... Okay, warum hat der 40 Stück da reingeladen? Ne, warte mal, der lädt weiter rein. Ich bin verwirrt. Also, ständig, aber jetzt besonders. Warte mal, kann es sein, dass der das macht, weil der hier... Kein Platz mehr im Depot. Wer ist ManniMarona12? Ich hab keine Ahnung, aber ich bin's nicht. Aber danke für den Sub an Random Money. Oh, warte mal. Hast du noch einen zweiten Account? Ja. Au. Aber der folgt dir nicht. Ja, der hat jetzt ein Sub. Hä, aber wie funktioniert das, wenn er dir nicht folgt? Ja, das geht. Du kannst einfach Leute aussuchen. Ah. So haben das einige Streamer früher gemacht, um Leute dazu zu bekommen. Äh, damit die einfach... Die haben random Leute gesuppt, damit die in den Stream reingucken. Ähm. Ich glaube, das liegt da dran, weil man nie per Prime gesuppt hat. Ach so. Ja, ich hab schon... Ich hab grad schon gesuppt. Okay, ich weiß wieso. Aber ich will das so nicht. Ganz komisches, flaues Magengefühl, sag ich euch. Oh, warum denn? Oh, ich hab keine Ahnung. Ach komm, sag mal, warum denn? Was ist denn los? Ach, das ist mir unangenehm. Du kannst mit uns doch über alles reden. Ach, shoot. Oh. Oh, nee. So, was wollten wir hier? Batterien. Okay, dann doch so. Kühlsysteme. Und da haben wir Motoren. Dieser Landeplatz soll anliefern... Nee, abholen an... Oh, du hast den Landeplatz noch nicht benannt. Kannst du den Landeplatz noch benennen? Aber selbstverständlich. Super, dankeschön. Bin ich in der E-Büro? Komm. Ähm, und Zuschauer, jetzt müsste auch ein Train durchs Bild fahren. Ja, halt dich fest. Ich hab nicht erwartet, überhaupt sowas hinzubekommen. Oh, wir haben Stufe 5. Ähm. Ich hab eine Mücke gefangen. So, ich hab Motoren eingestellt. Äh. Entschuldigung. So, äh. Ich hab bei mir im Twitch so überhaupt nichts eingestellt. Also da fehlt echt viel. Ich glaub, ich muss mal mit Alerts anfangen. Meine Flasche hat mich angespuckt. Äh. Warum? Das ist ja voll eklig. Ach so. So viel hab ich heute übrigens schon getrunken. Äh. Ich seh's nicht. Oh. Ja. Das ist schlecht. Ja. Ach, stimmt gar nicht. Ich hab eine Capri-Sonne getrunken. Mit 300 Milliletern. Wer hast du heute nicht getrunken? Nee. Nee. Das ist richtig schlimm bei der. Mann, ich vergesse das doch ständig. Heute auf der Arbeit hatte ich keine Zeit zum Trinken. Ich würde auch mit Flach, äh, mit Flachmerzen oder mit Kopfschmerzen flach liegen. Nee, ich überhaupt nicht. Ich brauch mindestens zwei bis zwei Liter. So viel kann ich gar nicht trinken. Dann würde ich alle zwei Sekunden aufs Klo rennen müssen. Wir können Frauen so überleben. Ich bin ein Kaktus. Was? Ich bin ein Kaktus. Ich brauch nicht so viel zu trinken. Was denn? Wenn ich zu viel trinken bekomme, gehe ich ein. Kaktussi, nein! Ich bin in 5-Liter-Edition. Das war's dann heute für, äh, für heute auch wieder, ne? Jo. Oh Mann, ey. Alternativ die Streamer Pampers. 24-Stunden-Edition. Äh. Also jetzt wird's eklig. So. Jetzt hab ich das soweit fertig. Jetzt muss ich nur noch hier vorne fixen. Weil das ist aktuell nicht so, wie es sein sollte. Und zwar müssen die Anschlüsse hinterher alle hier durch diese Wand durch. Oh mein Gott. Ja, und meiner erst. So. Ja. Herzlichen Glückwunsch. Und wie kann ich den jetzt einbinden? Hallo Phil. Hat's mal gebimmelt bei D-Kopf. Freut mich für ihn. Hi Phil. Äh, so. Wo hab ich denn hier meine Alert-Box? Äh. Nur für Zuschauer. Oh. Twitch. Alert. So, und wie groß muss die sein? Wie geht's den SP? Wie geht's den SP? Was? So. Äh. Muss ich den ganzen Kram hier nochmal verbinden. Okay. Da fährt ein Kack-Zug über. Okay. Verschwindet der auch wieder? Ja. Gut. So. Jetzt haben wir einen Hype-Train-Alarm. Ähm. Wie geht's denn so? Äh. Ich hab'n nervöses Ticken und bin ein wenig durch den Wind. Ich weiß nicht, wie's dem Rest geht. Die haben... Die finden's klasse. Ich wollt grad sagen, die haben ihren Spaß. Was? So. Und bei dir? So. Jetzt läuft hier oben auch wieder alles. Und... Äh. Heißt du Phil Ben Po? Ich hab' einfach nur Phil gesagt. Ja, das war ne ernst gemeinte Frage. Äh. Die Kack. Äh. Die Kack. Ja. Äh. Die Kack hatte heute zu viel Kaffee scheinbar. Oh ja. Oh wie gut. Oder zu wenig. Ja, das könnte auch sein. Zu wenig. Ja, ich hab' heute... Ähm. Oh, ich hab' auch noch Suchtentsche... Äh. Suchterscheinung. Nee. Ähm. Entzugserscheinung. Ah, okay. Phil reicht. Der Name besteht aus... Aus den Anfangsbuchstaben meiner drei Namen. Cool. Ich hab' nur einen Namen. So. Schön. Äh. Ja. Ähm. Genau. Ich hab' auch noch... Äh. Entzugserscheinung. Pina... Nee. Pise. Oh Mann. Ähm. Ich hab' aufgehört mit Cola zu trinken. Und das haut richtig rein. Oh ja. So. Und Kaffee hab' ich aufgehört ab... Äh. 13 Uhr trinke ich keinen Kaffee mehr. Das ist auch echt übel. Das ist tatsächlich gar keine so doof wie Idee. Wahrscheinlich auch voll gesund. Aber ich weiß, dass ich's nicht könnte. Ja, ich bin da grad dabei. Ich bin jetzt auch auf Wasser umgestiegen. Ich hab' heute seit Stream-Beginn so viel getrunken. Ähm. 500 Milliliter. So. Achso. Weil ich die Schaltung noch umlegen muss. Deswegen ist hier kein Strom. Pese. Der Kack und Kaktussi. Äh. Äh. Was für eine Sucht des Factory Dream Team. Ja. Ähm. Oh ja. Cola-Entzug hatte ich auch vor Jahren. Das war übel. Ja. Ich... Ich muss. Das... Äh. Ich komm' abends halt einfach nicht mehr ins Bett. Ich bin beim vierten Pfefferminztee. Mal schauen, ob ich morgen arbeiten gehe. Uh, wirst du krank? Das wär... Hätt's dich mal gegen Grippe geimpft. Dann würd's dir wahrscheinlich genauso scheiße gehen wie mir. Äh. Ich mach' da mal ne Flasche Wolvik Zitrone auf. Und die gleich leer. Und die ist gleich leer. Okay. Ja. Also Wassertrinken ist immer besser als alles andere. Ähm. Ja. Ich hab' leider ein hartes Potenzial zu Suchtmitteln. Also ich hab' dieses Wolvik, ähm, Waldfruchtgedöns. Aber damit das so viel zu süß ist, hab' ich so viel von dem Wolvik da drin und der Rest ist einfach mit Wasser aufgefüllt. Weil ich brauch' irgendwas mit Geschmack, weil nur Wasser, weiß ich nicht, geht bei mir nicht. Ja, ich hab' da auch so'n Sirup drinne ohne Zucker. Ja. Ich mein', das geht offensichtlich auch nicht, weil ich trink's kaum, aber, ähm. Ja. Ja. Ähm. Oh, ich hab' noch Twix. Ich mach' ne... Äh, ich komm' abends nicht, äh, nicht im... Was? Ich komm' abends... Ich... Also ich... Nicht ins... Nicht im... Nicht ins Bett. Liegt an der Cola, nicht an Suchts Factory. Ich trink' immer das Kaufland-Kirschwasser. Ich brauch' auch was mit Geschmack. Ja. Ähm. Das auf jeden Fall, deswegen ist da auch so'n, so'n bisschen Zitrone. So'n Zitronensirup mit drinne. Ach, es gibt doch so'n Meme mit, ähm, Choco-Zitrone, oder? Hm, Choco-Zitrone. Oder sowas. Äh, da bin ich raus. Oh, wir hatten heute übrigens sehr viel, ähm, Motivation auf der Arbeit, so möge ich es mal nennen. Ähm. Wir haben, wir haben in Pain Smilies erstellt. Oh, wow. Und uns die gegenseitig zugeschickt und die wurden immer schlimmer und gecurster. Okay. Ja, war ganz lustig. Äh, Sucht des Factory macht doch gar nicht süchtig. Also bloß geil und man spielt 24-7. Oh ja. Ja, das, ja. Und das Schlimmste von allem, find ich ja, dass du dann abends im Bett liegst, also, ich könnte eigentlich die AKWs noch so bauen und dann mach ich einen Kreis und dann baue ich das nach unten und dann mach ich das sternförmig davon weg und reinfliegen kommen die, ähm, ja, und so ist die AKW-Planung entstanden. Hallo Prinzessin Uwe. Hallo, hallo. Was? Ah, ich hab, ich hab's, ich hab drauf gewartet. Ich hab den Namen vorgelesen. Ich fand den Namen, ich, ich dachte erst, du hast dich verschrien, äh, verlesen. Nein, hab ich nicht. Und wollte es... Scheiße. Und was? Warte mal, sind die hier alle, sind die hier alle, sind die hier alle in einem? Ja, ich glaub schon. Ich weiß schon wieder nicht mehr, wie ich meine Fabrik gebaut hab, weil ich super bin. Yay. Ähm. So, grüße. Oh mein Gott, viel zu viel. So, äh, zugehört, äh. Die 2000er rufen an und wollen ihre Ideen zurück. Sorry. Und wann schaut ihr vorbei? Äh, wir haben eigentlich nur auf dich gewartet. Jetzt wartest du wahrscheinlich nur auf uns. Wollen sie heute, aber du warst ja nicht da. Genau. Äh. Ey. Prinzesschen. Ich dachte erst... Prinzesschen. Ahaha. Ich dachte ja erst, sie hat sich verlesen, ne? Und das wär nicht Uwe, sondern Uwu gewesen. Also, Prinzessin Uwu. Also dieses Uwu. Ja, genau das. Uwe? Ähm, äh, ja, ich wusste, dass du um 20 Uhr erst erscheinst. Äh, oh ja, das kenn ich mit dem Bett liegen und alles nochmal nachrechnen, etc. Ja, ja, und dann drei Uhr nachts. Mhm. Das Hirn sagt, ich bin aktiver als tagsüber auf der Arbeit. Und du denkst dir so, halt die Fresse, ich will schlafen. Und dann kommt, ja, aber man könnte ja hier, ne, das war der nächste kranke Gedanke, den ich hatte. Hier wird ja Wasser gepumpt und soll hochgeladen werden, nach hier oben. Mhm. Warum verkleiden wir diese ganze Wasserpumpen-Bagage nicht als Tankerschiff? Und dann steht hier ein Tanker, der dann von Wasser befreit wird und das wird dann hier hochgepumpt in die Fabrik rein. Das ist actually voll die geile Idee. Dachte ich nämlich auch, deswegen wird hier auch gerade ein Hafen gebaut. Voll gut. Feier ich. Ja, aber das war so. Viel Spaß beim Bauen. Ja, und das war dann wieder so ein Ding. Nachts um drei Uhr kam mir dieser Gedanke. Ja, das fühle ich sehr, das habe ich auch. Der dann auch umgesetzt werden muss. So, ähm. Man könnte ja wieder was vergessen. Hab nur so. Und will man, äh, und dann will man es am nächsten Tag bauen und es klappt gar nicht, wie man es gedacht hat. Ja, rat mal, warum wir mit der AKW-Produktion aufgehört haben. Äh, nee, nee, ich bin in Wirklichkeit keine Prinzessin. Oh. Jetzt sind wir ein bisschen enttäuscht. Also, Phil, ich baue eine Riesenfabrik mit großen Gängen und lasse Trucks da durchfahren. Die Ärzte, oh, das ist geil. Das ist eine Mega-Idee. Das ist echt voll gut. Ja, äh, Matthias, ja, absolut. Und dann denke, denkt man nach einem Vergleich, was, einen vergeblichen Tag wieder im Bett darüber nach, warum es nicht klappt oder wie man es besser machen kann. Oh, ja. Ja, wahrscheinlich kriege ich Albträume. Ich habe in der Pause mir einen Level 9 Shane angeschaut. Was? Shane angeschaut. Atomkraft ist einschließlich für Sonium-Brennstab. Och, du Kacke. Na, Prost Mahlzeit. Ich, ich habe das mal bei uns in den Netzplaner reingeschmissen. Die Seite wollte nicht mehr laden. Der Tag ist so eine typische, ich liege im Bett und denke nach, was ich bauen kann. Oh, ja. Ja. Äh, wir haben mit 1.0 neu angefangen und haben seit dem 10. September, ich würde mal grob sagen, ich habe 240 oder zwei, Moment. Ich hatte 15 Stunden bei Satisfactory. Ich bin bei 280, also habe ich da jetzt, äh, 261 Stunden seit dem 10. 9. reingejagt. Ja, same over here. Oh, das ist so die geile Idee, Phil. Die Gänge sehen so aus wie die, die du gebaut hast. Mit Glasboden, wo Förderbänder drunter sind. Ah, geil. Und dann fahren da die Trucks drauf. Das können wir eigentlich vor Lulz, könnten wir das bei uns auch machen. Weil, äh, hier wird ja eh keiner lang laufen und die Gänge sind breit genug. Dann lässt man hier irgendwie so einen Truck einfach hoch und runter fahren, der, ähm, keine Ahnung, der kriegt die besondere Aufgabe, die Brennstäbe hier einfach runterzufahren und dann in den Drohnenport zu transportieren oder sowas. So völlig die hirnverbrannte Idee. Okay, aber einfach nur. So völlig sinnbefreit quasi. Ja, aber der ist dann so radioaktiv verstrahlt, dass der einfach so hoch und runter fährt. Voll gut. Äh, Hilfe. Ja, ähm. Wir könnten jetzt, äh, je nachdem wie und wann du bereit wärst. Ich könnte jederzeit abbrechen und rüber zu Peanut wechseln. Ähm. Wenn Peanut denn überhaupt Lust hat. Das ist natürlich die andere Frage. Das können wir gerne machen. Ich hab auch Zeit und Lust. Ja, klar. Bock hab ich. Ich sollte jetzt nur nicht ausloggen. Das wär... ...problematisch. Ähm, ja, du wärst ziemlich tot. Nein, man kann, glaub ich, von Falsschaden nicht sterben, aber... Äh, doch. Echt? Ich hab immer noch ein halbes Leben. Dann hab ich einfach nur mehr Glück als Verstand. Ja, nee, aber wenn du dich jetzt ausloggst und einloggst, dann, äh, schwebst du runter. Außer du hast das andere Jackpack an, dann stirbst du einfach. Ja, na dann. So. Äh, Bier ist im Kühlschrank. Ich weiß nur nicht, wo der Kühlschrank ist. Weiß. Ich glaube, wenn wir gleich bei dir vorbei... ...gucken und uns das angucken und zeigen, dann brauchen wir kein Bier, ...sondern eher Beruhigungspillen und irgendwas, was uns wieder aufmuntert. Oh, ja. Ich glaub, das wird eher das Problem sein. Mhm, glaub ich auch. So. Äh, und Phil hatte noch geschrieben, die Gänge sind so breit, dass du drei Trucks nebeneinander fahren lassen kannst. Drei? Die Trucks sind ultra breit. Warte mal, nee, gar nicht wahr. Moment, Transport. Äh. LKW. Lässt du so einen kleinen... Boah. Oder so kleine Schlepper, die hier einfach so spiralförmig langfahren lassen. Und dass sie zwischendurch auch Unfälle bauen. Mit Atombrennstäben. Oh, bitte nicht. Lass uns das mal nicht machen, okay? Einverstanden? Machen wir mal nicht. Das wär so fallig. Da kommst du da in die Fabrik nicht mehr rein, weil alles Todes verstrahlt ist. Wir sind so schön verstrahlt. Oder ihr stellt fest, dass ihr ganz schön klein baut, wenn ihr bei Peanut wart. Ja, das wird auch der Fall sein. Das wird der Fall sein. Ja, gab es da nicht einen Spawnschutz? Also, wenn man beim Spielladen in der Luft ist, dann bekommt man keinen Schaden. Allerdings weiß ich nicht, ob das fürs Einloggen gilt. Ähm, nein, man hat keinen Schutz. Doch, hat man. Ich glaube schon, weil ich konnte dich ja auch nicht mit einem Katapult wegschießen. Aber ich hab keinen... Also, ich hab Schaden bekommen, als ich jetzt runtergefallen bin. Also, Schaden kriegt man schon. Alter Schwede. Wie viele Plattformen hast du... Verdammt sein wirst du stinken am Moderteppich. Willkommen, Fox. Und danke für den Follow. Und willkommen im Streamchen. Hallo, Fox. Einen wunderschönen guten Tag. Wenn die gerade stehen, dann passt es. Ja, ähm, das auf jeden Fall. Aber, das Problem ist, die blöden Teile, ähm, merken sich die Spuren nicht so gut, wo man langfährt. Spiel bitte. Danke. So. Traumtreppe fertig. Deswegen benutze ich auch nur zwei. Das wäre auch echt... Dann hat man so hin- und rückfahrt. Und dann macht die hier einen Kreis, fahren in ihre Dockingstation und fahren wieder zurück und fahren da in die Dockingstation. Und dann muss man sich angucken, was die hin und her liefern. Aber die Batterien kriegen wir eh durch die ganzen Drohnenports, die wir bauen müssen. Und dann muss ich mir noch überlegen, wie ich, ähm, die, das Uran anliefern lasse. Eine sehr kindische Idee von mir war, dass das eine längliche Fabrik ja wird. Und dann machen wir vorne eine Spitze und in die Spitze fährt der Atomzeug rein. Aber da dachte ich mir, mhm, das könnte komisch aussehen. Wie die Drohnen funktionieren, checke ich immer noch nicht. Oh, die funktionieren... Aber das ist eigentlich relativ einfach. Genau. Willst du etwas? Peanut, ja, genau an das dachte ich. Ich hätte dann auch nicht hier hinten noch zwei große Kreise angebracht oder sowas. Das müsste man eigentlich für die Rocket-Fuel-Fabrik machen. Und vorne kommt da der Fuel raus. Und die Atomreaktoren habe ich abgeschottet, genau wie die Lieferung. Ah, geil. Zwei Ports, eine Drohne starten und zielfertig. Genau, aber, was ich cool finde, du kannst auch, ähm... Nein! War nicht so tief. Ja. Äh, du kannst das unabhängig machen. Das heißt, du kannst zum Beispiel, ähm, ein Ziel festlegen, aber 15 Drohnen können da drauf zugreifen. Das heißt, die fliegen dann da alle hin und holen sich ihre Sachen weg. Oder halt auch andersrum. Dass du... So haben... Ja. Genau, so haben wir das mit den, ähm, mit der Kohle gemacht. Ja, und den Batterien für unsere Drohnen. Also wir haben jetzt... Ich habe jetzt hier bei meiner Motorenfabrik quasi einen Drohnenport, äh, mit einer Drohne drauf und die habe ich dann eingestellt, dass die immer zu dem Batterien-Drohnenhafen fliegen soll, sich da die Batterien holt und die hier halt abliefert. Wenn es nicht gerade voll wäre. Genau. Und bei den, ähm, das ist dann... Wir haben ein Ziel und mehrere Drohnen greifen zu. Und, ähm... Oder holen davon was ab. Und andersrum haben wir es für die Kohle. Da gibt es dann einen Empfänger und mehrere Drohnen liefern es hin. Das ist dann immer relativ easy. Und auch die Konfiguration ist halt einfach so gesehen. Nur, dass du halt immer an den Ports dann den Treibstoff brauchst. Ja. Aber ist ganz praktisch, weil die Drohne, die die Batterien anliefert, ähm, befüllt sich quasi selbst mit Batterien und dann halt, äh, den anderen Drohnenhafen oder die anderen Drohnenhäfen, die dann da noch mit rumstehen. Wir haben... Oder ich habe auch eine Fabrik, wo ich zum Beispiel, ich glaube, drei Drohnenhäfen für das Zeug platziert habe. Und einen Drohnenhafen dann nur für die Batterien. Ja. Ähm, ich habe da Blueprints draus gemacht. Ich werde die, denke ich mal, auch noch wieder alle hochladen. Das mache ich aber jetzt am Wochenende, weil das echt Zeit in Anspruch nimmt, das alles rauszusuchen, hübsche Screenshots zu machen, warten bis es Tag ist. Das ist mir die letzten... Beide Male, wo ich, äh, Blueprints hochgeladen habe, ist es für, keine Ahnung, 20 Minuten dunkel und es ist 20 vor 12 nachts und ich will eigentlich ins Bett, ich will das aber noch fertig machen und, oah. Ja. Nee, aber ich habe... Ich bin über das Ziel hinausgeschossen. Ich habe für alles eigentlich, was ich einsetze, irgendwie Blueprints gemacht, damit ich, äh, maximal wenig Arbeit habe. Jo. So habe ich es auch gemacht, weil die ganzen Module jetzt auch bei der, äh, Fabrik, das wäre sehr aufwendig gewesen, wenn ich jede, jedes Wandmodul hätte einzeln bauen müssen. Und so konnte ich die jetzt dann quasi einfach hin platzieren. Genau, und das gleiche habe ich halt hier auch mit den Zügen gemacht. Also, ähm, das hier ist so ein hübscher Tunnel und dann fährt der Zug rein, fährt hier ins Tor rein, wartet entweder hier oder fährt durch das nächste Tor einfach durch. Und ja. Wieso, habe nur 8 Stunden gebraucht und nur zur Hälfte fertig mit dem Gang? Ach, du Kacke. Ja, genau, um sowas zu vermeiden. Da habe ich dann eine Stunde investiert, um das zu designen und dann einfach, ähm, das geklont. Weil, ganz ehrlich, der Hauptgrund, warum ich das so mache, ist eigentlich nur wegen den blöden Schildern. Weil, wenn du, äh, als Beispiel Förderband, Turmband, wenn du zum Beispiel sowas hier baust, da wirst du irre bei. Ich habe Blumenpünze, aber die ganzen extra Kurvennerven, ja, das kann ich verstehen. Ich mag Schilder nicht so, ich finde die aber, die leuchten halt so geil. Ja, das sieht richtig gut aus. Und es ist halt, ähm, nicht so kompliziert wie mit der Beleuchtung, aber die geben halt schon teilweise einiges an Licht ab. Ja. Genau. Ich will einen Strom, ich will einen Stromkasten, mit dem ich alles ausschalten kann, die ganze Fabrik, äh, die ganze Fabrik, aber du kannst doch eine ganze Fabrik mit einem Stromkasten quasi ausstellen. Oder meinst du, ja doch, ja gut, du brauchst halt, du müsstest halt gucken, dass die ganze Fabrik nur einen Stromkreis hat. Oh ja. Das haben ja die meisten Fabriken bei uns. Ja. Oh, jedes Gerät soll an einen Schalter, also jedes, alles ein, ich, ein Ziel oder mehrere Ziele? Oh, nice. Ja, das will ich auch noch machen. Ich hab neue Energie, Schnecksche. Sauber, schmeiß sie in den Container, damit sie zusammengemanscht werden. Ruhig. Ich hab den Knopf zum Juden noch gesucht, aber ich hab ihn nicht gefunden. Ach, du Kacke. Der kam so überraschend, das tut mir leid. Ja, der kam sehr überraschend. Das sah bei mir auch, glaub ich, aus wie ein Knopf. Oh mein Gott. Gesundheit und langes Leben. Danke schön. Äh, denkst du, ich steh da dann eine Stunde, um jeden Schalter aufzulegen? Hm. Natürlich mit Prio. Ja, klar. Würde ich auch, äh, also, die Fabrik hier wird nicht über Prio angeklemmt, weil ich glaube, äh, das wird problematisch, wenn die andauernd ausgeht, weil, ähm, ja. Oh, Junge, Junge, Junge. Das kam von Herzen, sagst du? Boah, das kam vor allem schon. Ich hab das Krippel in der Nase gespürt. Ich wollte Knopf suchen und dann kam es einfach schon raus. Äh, finally, die letzte Nuclear-Pasta, äh, wird bei mir gemacht. Muss nur noch auf die restlichen 90 Dinger warten. Ähm, ADS, ähm, ADS, was heißt das nochmal? ADS? Äh, keine Ahnung. Ja, das, was Matthias geschrieben hat. 90 ADS, äh, Active Dynamic Casings? Ne. Alles, äh, wenn die auf Prio 1 was geht, sieh doch als letztes aus. Ja. Ja, genau. Äh, dann Phase 4, fertig. Weißt du was? Ich jetzt baue eine Rampe in die nächste Etage mit diesem Gang. Uh, nice. Postest du deinen Discord einfach so? Das ist eine automatische Nachricht, einmal die Stunde. Assemble Director System. Ah, okay. Ja, da muss ich sagen, da war ich gerade ein wenig überfrogged. Genau. In Phase 5 dann nochmal 1000 Nuclear-Pasta. Bleh. Mhm. Äh, die Verbr... Äh, so, was? 3120 Alu-Schröhrt ready. Jetzt nächster Schritt. Oh Gott. Dass ihr immer alle übertreibt. Die Fabrik hat einen Nuke-Schalter. Wenn man da drauf geht, gibt es einen sehr lichtintensiven Blitz und einen hübschen leuchtenden Pils. Oh nein. Wolltet ihr nicht gerade noch zu Peanut? Äh, ja. Wollten wir. Mhm. Sekunde, ich muss nur noch ganz kurz was fertig machen. Ja, äh, da würde ich mal ganz fix kurz, äh, weglaufen. Und bin in anderthalb Minuten wieder da. Mhm. Äh, gib mir einen Moment. Bis gleich. Mhm. Mhm. Jetzt flüchtet er schon. Der hat Angst, dass du wieder Subs raus raus. So einfach Bombe craften, Bombe nehmen, Zünderkraften, neben Bombo am Atomreaktor befestigen, eine Sicherheitsdistanz von einem Kilometer einhalten und zünden. Mhm. Ich glaube, das wäre nicht, also zumindest in der realen Welt nicht so wahnsinnig gut, habe ich mir sagen lassen. Ich meine, come on, ich wurde wegen einer DIN-Norm angewiesen, also nicht angemerkt, aber ich wurde auf eine DIN-Norm hingewiesen, die ich dann doch bitte umsetzen soll. Oh Gott, was passiert denn hier? Äh, naja, ein Kilometer weiß ja nicht, ob das reicht. Ähm, wahrscheinlich nicht, wenn du einen Atomreaktor in die Luft jagst. Nein. Was macht deine Gewerbeanmeldung? Dafür müsste meine nette Stadt mir mal antworten, weil ich keine Ahnung habe, wo ich da hingehen muss. Jo. Das läuft mittlerweile nämlich nur alles per Online-Terminvergabe. Warte mal, stopp, warum fragst du? Ich? Ähm, naja, auf jeden Fall läuft das alles nur per Online-Terminvergabe, aber ich kann online keinen Termin für das Anliegen machen, weil es nicht angeboten wird. Und jetzt habe ich da eine E-Mail hingeschrieben, so, ja, wie sieht es denn aus, wo muss ich denn hin? Aber, naja, ihr könnt euch vielleicht denken, wie oft man, äh, wie oft man Antworten von der Stadt bekommt. Äh, ich glaube, das ist Angst-Pi-Pi. Na super. Äh, so, wo bin ich denn da? Das in Cyberpunk habe ich auch gelesen. Da hat einer geschrieben, dass das nicht der deutschen DIN-Norm für, äh, Gully-Deckel entspricht oder sowas. Das war Hammer. Äh, so. Ach ja. Ja, holt euch mal ein paar Snacks, ähm, gleich, äh, fühlt ihr euch klein und bemitleidenswert. Nun. Nun. Naja, ich habe zumindest heute schon mal die Motorenfabrik abgeschlossen, auch wenn ich mit der Turbomotorenfabrik noch nicht mal angefangen habe. Aber das, ähm, Diagramm dafür sieht auch sehr lustig aus. Weil ich jetzt auf einmal nicht mehr vier Funksteuereinheiten die Minute brauche, sondern sechs. Und elektromagnetische Steuerstäbe, Rotoren und Motoren. Aber dafür brauche ich wenig. Eigentlich weiß ich gar nicht, ob das Sinn macht. Weil das Einzige, wovon ich weniger brauche, sind Rotoren. Weil den Rest, den kann ich quasi... Punktsteuereinheiten ist die Fabrik auch noch nicht so groß, oder? Ja, nö. Das sind nur zwei Manufakturen, die an, äh, Dingstens angebracht sind. Okay. Eigentlich müsste ich Singularitätszellen automatisieren für die Portale. Boah, ja, das steht uns auch noch bevor, ne? Oh Gott. Äh, so, es war die falsche D-Norm. Es war ne D-Norm für Gehwegudi und nicht den für Kraftfahrtstraßen. Oh Gott. Ähm, Phil, du kannst gerne, ähm... Im Discord einfach Bilder reinjauchen. Mhm. Ach, die, äh, Energiezellen sind alle hochgeladen, ne? Ja, 289 läuft. Ja. Jetzt kann ich hier meine Teststrecke von meiner, äh, Fabrik auch mal wieder wegmachen. Hallo Militär. Hallo Militär. So, ähm, lass uns zu Pina drüber wechseln. Auf jeden Fall. Oh. Oh. Ähm, wenn du im Fotomodus die mittlere Maustaste drückst, verschwinden deine Anzeigen. Also die Striche. Aber, man kann schon grob erkennen, was es ist. Und der abgeschottete Bunkerbereich, den find ich gut. Echt voll gut. Dann fahren die hier rein. So, wie kommen wir jetzt bei Pina denn drauf? Äh, Spiel beitreten und dann ist da Pina. Und, ach ne. Echt? Bei mir nicht? Dann hast du ihn bei, äh, Steam noch nicht als Freund. Doch. Dann ist es eindeutig Mobbing. Hey. Da stehen Reaktor und vier von diesen Alien-Reaktor. Oh, krass. Natürlich in einem formidablen, ähm, wie nennt man die noch? Sarkophag, genau. Untergebracht. Bye, bye, Resli. Schönen Abend noch. Schönen Abend dir, Resli. Und, äh, bis zum nächsten Mal. Mit hoffentlich nicht. Äh, hoffentlich nicht, wie endet. Ja. Äh. Mit einem Trick, Bug-Using, kann man die Somasloops immer weiter ins Unendliche duplizieren, wenn man dann in alle Fabriken die Somasloops verbaut. Wie viel Strom wird das Ganze fressen? Oh, ja. Das wird sehr gefährlich. Und ich glaube auch nicht, wenn wir jetzt unsere kompletten Fabriken ausbauen mit den Somasloops. Ich glaube nicht, dass wir dann mit dem AKW genug Strom produzieren. Oh. Ja, glaube ich nicht. Kurzzeit. Das dürfte eigentlich nicht hinhauen. Ja, ich habe schon immer gewusst, dass du vom Boden abgehoben bist, du. Ja. I believe I can fly. Und hat erst was zu sagen, dass du in der Küche spawnst. Schnauze! Äh. Also es gibt 106 Somasloops auf der Map. Hm. Ich weiß gar nicht, ob ich mir das angucken will. Wirklich. Ich habe ein bisschen Angst. Ich habe ein bisschen Angst. Ach ja, Moment, ich habe ja auch... Oh mein Gott. Kannst du das bitte nicht machen? Ja. Es sieht so scheiße aus. Deswegen. Äh. Peanut hat übrigens einfach alles hochgeladen. Zum Beispiel ein Schweberucksack. Jetpack. Schutzanzug. Eine Gassmaske. Äh. Turbofuel brauchen wir noch. Jode-Filter. Ne, davon hat er nicht so viele. Sollten wir ein paar mitnehmen. Und das wichtigste Übung. Der Führer steht hier vor uns in, ähm, naja, Giftzwerg grün. Jo. Oh boy, ist der Turbofuel viel schneller. Ähm, vielleicht sollten wir Turbofuel herstellen, weil guck mal. Ja, ja, ich weiß. Äh. Äh. Boing. Boing. Ich habe fast alles hochgeladen. Ja, die Erkenntnis traf uns dann auch erst später und... Ja, vielleicht sollten wir das auch tun. Oh, ich kann hier random Licht ausschalten. So, wo zuerst denn, keine Ahnung, du bist der Führer, äh, du bist der... Oh, es geht nicht. Führ uns einfach rum. Oh, du hast wirklich hübsch gebaut. Oh ja. Ich schätze mal, ihr seid hier rein. Ja. Äh, Rousel ist zu steuern. Okay. Äh, ist wie... Bio-Treibstoff und Turbo-Treibstoff in einem. Oh, krass. Meine Güte, ich... Ich... Ich komme hier so schnell durch diese Leitung durch... Hilfe! Nein! Nein! Schu. Ähm, ich bin so schnell durch die Leitung durch, dass sie nicht mal geladen haben. Ich bin wieder, ähm... Ich komme nochmal wieder. Ich bin gleich wieder da. Hallo, ich möchte da gerne und danke. So, wenn ich fertig bin... in den Raum, wo alle Schalter stehen, schicke ich mal ein Foto. Mach das. Auf jeden Fall. Oh Mann, ey. Und jetzt hier, wo es grün ist, musst du hinlaufen. Also, das ist Stahl. Oh ja, das Licht... sorgt dafür, dass das hier anfängt zu haken. Ach was, du... Also, bei mir hakt es nicht, aber du siehst ein bisschen buggy aus. Also, ein bisschen ist ein bisschen untertrieben, Alter. 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 Aber sonst geht's dir gut, oder, Peanut? Wieso, ups? Ich weiß nicht, wenn du ups sagst, dann krieg ich hier eine mittlere Panikattacke. Wo seid ihr? Ja. Wo war das mit dem... Licht... Lichtqualität? Machen wir offen Mittel. Also, ich weiß nicht, ob man am neuen... ob es am neuen Update liegt, oder mein PC, oder ob die Wände einfach nur abfeiern, aber wieso blinken meine Wände? Oh. Ja. Die machen Party. Das liegt zum Teil am Beton. Das siehst du hier auch, dass das zwischendurch flimmert. Aber das ist echt übel, Peanut. Aber hast du richtig hübsch verpackt. Ups, kann in dem Kontext auch heißen, alles explodiert gleich. Ja, bei Peanut bin ich mir da halt tatsächlich nicht so ganz so sicher. Alter, der Input hier. Es ist ultra krass, oder? Ja. Wie viele Kohle- und Eisenvorkommen hast du dafür angezapft? Ich kann aber auch zur Verständigung auf DC kommen. Genau, Spirit. Das ist vielleicht leichter als zu schreiben. Äh... Mann, wieso? Ich hab keine Ahnung. Äh, komm mal in irgendeinen Channel rein. Dreimal 600er Kohle, dreimal 1200er Eisen und dreimal 600er Schwefel. Alter, verweiter. Alter. Wie sehr willst du übertreiben, Peanut? Ja, ich will. Einfach die Wände aus den Fundamenten bauen, dann hab ich die Probleme nicht mehr. Ja, aber trotzdem, das ist doch nervig, dass das dann alles am Flackern ist. Du bist wahnsinnig, Peanut. Ah, DC startet. Ah ja, das dauert immer ein bisschen. Bitte sag, dass hier Strom ist. Gott sei Dank. Hätte mich gewundert, wenn hier keiner ist. Ich hab euch übrigens schon verloren, ich weiß nicht, wo ihr seid. Äh, ich steh vor Peanut. Ja, ich weiß nicht, wo ihr seid. Mehr kann ich dir auch nicht sagen. Äh, Stahlfabrik und dann, äh... Steile Treppen. Oh. Wie kann man pingen? Äh, alt und dann. Äh, mit der Maustaste drücken. Alt. Ich hab alt gedrückt. Ich hab alt gedrückt. Aha. Oh, guck mal. Ich hab mittlere Maustaste gedrückt. Du siehst übrigens scheiße aus. Die Farbe sieht gut aus, aber der Kopf ist kacke. Discord einfach Beste. Ja. Äh. Aber das sieht echt gut aus. Ey, 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 du. Wow. Ja. Du, du schiebst deine Kaffeetasse quasi in deinen Helm rein. Ähm, mal abgesehen davon, meinst du, wir können uns die Idee mit den Ixen hier mobsen? Das sieht echt gut aus. Ja, bestimmt. So. Äh, wieso hat man DC nicht im Autostart? Ich, äh, Autostart. Ich hab's auch nicht im Autostart. Einfach nur, damit ich, äh, zwischendurch mal Ruhe hab. Ich schon, aber ich mach dann halt einfach direkt OBS auf und dann hab ich auch Ruhe. Äh. Krieg ich mal einen Herzinfarkt, wenn man einen Follow kriegt, obwohl man offline ist. Ja, äh, einfach auf D-Cock Gaming. Äh, der Sarkophag, oder wie man das schreibt, ist eine Disco-Kugel. Oh mein Gott. Mit wechselnder Beleuchtung. Oh, fantastisch toll. Und dann in irgendein, ähm, Channel rein. Hallo. Hallo. Hey, du bist Mute. Mute. Du musst dein Mikrofon entmuten. Hey, du. Du. Du bist Mute. Hallo. Jetzt ist er vor Schreck gestorben, weil er auf den Discord gekommen ist. Ja. Das Bibim hat ihn abgeschaltet. Aber Berechtigung hat er. Hm. Ich glaub, ich muss ihm mal ein paar Stromschöpke verpassen. Was war das? Weiß ich nicht. Warum ist hier was explodiert, als ich ihn gehauen hab? Ne, warte mal. Weil der Mia, nein. Ich hatte eine, äh, Granate im Kopf stecken. Und als du ihn geschlagen hast, ist die gezündet. Ups. Das war super Timing. Ja, ich glaub's auch. Oh, ja. Also, ich kann ihn nicht. Ich kann ihn. Ah, der Hi. Hi. Oh Gott. Warte, ich muss dich lauter machen. Du bist so leise. Ja, ich muss doch erstmal gerade den Stream. Ich hab dich doppelt gehört. Bleh. Bleh. Ja. So. Ich denke, jetzt sollte es gehen. Ansonsten muss ich dich wieder runterregeln. Ach, geht schon. Ja, also, die Idee dürft ihr euch ruhig mit dem Xen mobsen. Die ist mir auch spontan am Ende eingefallen. Das ist voll gut. Ja, äh. Ja, ich hab hier viel noch schön gebaut. Und das Ding ist wirklich übertrieben geworden. Ja, ach du, wär mir glatt entgangen. Also, wer hättest du es nicht gesagt, hätte ich gedacht. Ist schon klein. Äh, das ist erst die erste Etage, ne? Ja, ja, ich weiß, dass da drunter noch drei Stück sind. Vier. Zwei. Äh. Naja, dann... Eins. Oder ist hier unten keine Ebene? Nein, 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 nein. Ja, drei unten runter. Das ist die erste Halle. Ah. Ach so, oh, oh, oh. Es gibt noch zwei kleinere Hallen unten drin. Glück ist es. Ähm. Sag mal, du hast eine Freundin, oder? Ja. Hast du Zeit für die? Ja, hab ich. Wann? Äh, eine Woche nennen wir es. Oh, wow. Ja. So, hier wird das alles verarbeitet. Moment. Ich glaube, ich... Äh... Wo bist du? Ach, da. Hier sind wir. Also, ich glaube, ich weiß gar nicht, wie viele hier drin stehen. Jetzt wüssten... Schreiterst du nur den Überschuss, oder? Äh, ich schreiter nur den Überschuss. Okay. Aber... Momentan wird noch nicht viel hier raus gemacht. Hier wird ein bisschen startoren und, äh... in Case Industrial Beams gemacht, als ich ein Stabertag. Hm. Weil, äh... Alle Foundries und alles anderes, alles händisch platziert wurden. Weil ich nicht dran gedacht hab, ein Blueprint zu machen. Das heißt, ich hab diese 720 Foundries einzeln angeschlossen. Alter. Und auch ein... Und auch einzeln alles eingelesen und sowas alles. Oh, mein Gott. Oh, wow. Wie lange hast du für die Fabrik hier gebraucht? Oh, fünf Tage. Also... Nein, nein, das wollte ich nicht wissen. Ich wollte wissen, wie viele Stunden. 30 Stunden, sag ich mal. Ja, so sieht das aus. Und dann... Da. Da geht's auch nochmal runter. Nicht mal im K6-Bänder eingefärbt. Wach. Nee, da hab ich... Das hab ich mir... Und hier unten ist halt quasi... Der kleinen Scheiß erstmal noch hergestellt. Ach Gott. Ja. Ja, ich, äh... Hab ein bisschen Langeweile gehabt. Das Ding hat sogar auch einen Bahnhof. Der ist nur nicht angeschlossen. Der ist zwar im Schiennetz und alles angeschlossen, aber der ist, äh... Da sollte eigentlich der Schwefel reinkommen, aber da hatte ich keinen Bock. Ich hab dann einfach ein Konverjahr-Welt gelegt und fertig. Oh, Mann. Ja. Äh, das ist doch das Factory-Asside geil. Ja. Kickt halt ein bisschen, ne? Ah, hier ist der Bahnhof. Ah. Ja. Oh, das mit den Tubes find ich geil. Ja. Ich wollte auch noch später... Irgendwann wollte ich halt quasi auch eine U-Bahn bauen. Dass halt auch die Züge unterirdisch fahren. Aber da bin ich noch überlegen, wie ich das mache. Ja, kann ich nachvollziehen. Ich hab auch heute ein bisschen noch rumexperimentiert mit einem Eingang, dass man unterirdische Produktionen bauen kann. Zum Beispiel in dem Berg oben, wo das AKW steht, dass man einfach die Produktion des Uran und alles unter das AKW setzt. Komplett. Dass man das nicht oben rumstehen hat. Das ist halt wegen der Strahlung halt deutlich besser, weil oben zum Beispiel der komplette Berg ist verstrahlt. Auf der Karte wird mir da einfach angezeigt. Also wenn du da hingehst, hast du auf jeden Fall irgendwie einen Nieren-Schaden oder sowas. Da hab ich verloren. Ja, wir haben mal nie verloren. Achso, ja, ich bin auf dem Dach. Achso, die ist auf dem Dach. Okay, das wird jetzt sehr gut. Ja, dann unten hab ich halt quasi auch alles verkabelt. Also was heißt verkabelt. Oder versucht alles ordentlich zu machen. Und dann... Das Schöne war, irgendwann ist mir der Beton rausgegangen. Ja, kennen wir irgendwoher. Während des Baus. Und dann muss ich erstmal neu anschließen und alles. Ja, das ist die eine Fabrik. Die eine. Ich hab so viel Zeit. Merkt man gar nicht. Das wäre mir überhaupt nicht aufgefallen, wenn du das jetzt nicht gesagt hättest. Ab durch die Hyper... Ah, falsche Richtung. Okay. Wo seid ihr hin? Wieder zum Hub. Einfach in die HyperTube und dann in die... Richtung Space Elevator. So, Satisfactory fügt hinzu, dass man unter der Erde bauen kann. Nein. Man macht das mit Clipping. Ja. Ich glaube, ich bin in die falsche HyperTube gegangen. Nee, das ist die richtige. Ah. Zum Beispiel hier oben. Auf dem muss ich das aufrufen. 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 Lord Group. Äh, Blueprint. Oh, ich ist doch nicht da. Ich bin da, wenn auch. Oha. Ja. Dass man halt sagt, okay, man hat eine HyperTube, die halt reingeht, dass man in den Berg vernünftig reinkommt. Ja. Und halt auch dann quasi wie so Tunnelschächte baut, dass man halt auch durch die HyperTube auch wirklich reinkommt. Das Problem ist, ich hab das hier an dem Berg probiert und der ist unwahrscheinlich ineinander mit Felsen verklippt. Also du müsstest unwahrscheinlich weit rein. Ah. Ja. Dann müsstest du am besten, wo es wirklich gerade reingeht, wo du wenig Felsen oder sowas hast. Ah ja, ich hab's mir auch gedacht, als ich fünfmal an den, äh, Bildern im, äh, im Kompost vorbeigeflogen bin, dass die über mir sind. Wow. So, wo fahren wir? Ach, äh, es gibt in der Wüste einen Spot, wo man unter die Map rein kann. Ja, ich hatte auch schon ein paar gefunden. Ja, gibt's überall auf der Map. Nee, dann, ja, das Ding macht momentan noch, das ist aber noch voll, also vom Anfang an, das macht, äh, Reinforced Iron Plates, 72 Stück pro Minute. Joa. Könnte man nicht meckern. Nee, aber das muss doch geupgradet werden. Muss doch besser werden. Und dann, da hinten in der Halle, da war ich noch gerade vorhin dran, da wird hier dieses, ähm, Fismium, oder wie das heißt, hergestellt. Ja. Das hab ich da, da fährt, da fährt der einsame Zug, der nur Limestone fährt, ne, ich hab hier unten meine Disco-Kugel drin. Oh, ja. Und das, äh, kriegen leider nicht ganz auf, da ist absolute Überproduktion drin. Aber ist auch nur eigentlich zum Bauen von den MK6-Bändern. Ja, das hab ich zum Glück gestern auffällig gemacht. Ja. Solange es nicht die Tube ist, die per Mod an Schredder angeschlossen ist, mhm. Nee, 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 die gibt's ja zum Glück noch nicht. Noch nicht. Ja, noch. Äh, ich hab jetzt wieder gelesen, dass dieses Mod-Dingsbumsgedöns wieder funktioniert. Ja. Ja. Äh, das ist, äh, die alte Stahl-, also eine der alten Stahlfabriken noch. Und zwar die zweite. Die produziert doch ganz, ganz wenig. Ja, ob ich die nicht. Und, doch, die produziert, glaub ich, nur so 200, äh, normale Beams und die Rohre. Mehr macht die, glaub ich, wirklich nicht. Uff. Ja. Äh, hinter dem, hinter der großen Stahlfabrik ist, äh, eins der Kohlekraftwerke. Und links davon, hinten, äh, wo du das Schiff bauen willst, da hab ich ja auch noch ein Kohlekraftwerk. Das sieht man ja auch noch da hinten in der, äh, Ferne. Das da hinten, geradeaus, wo dann einfach die Maschinen stehen, das sollten die 360 AI-Lebiter werden. Hm. Sollten? Ja, ich hab keinen Strom. So, wirklich? Äh. Komisch, zieht deine Stahlfabrik wohl ein bisschen zu viel, hm? Ja, ich hab so das Problem, dass ich mittlerweile, äh, mir fehlt Strom. Ja, da musst du doch, äh, auf Plutonium umsteigen. Ja, gut, ich hab jetzt ausgerechnet, was du mit einer normalen Quelle machen konntest, und ich hatte mich aber leider verrechnet, äh, mit dem Verdopplungswert, mit den Summers Loops. Mhm. Und ich kam irgendwas mit einer Impure-Quelle auf fast eine halbe Million Megawatt. Ne, ne. Ja, wenn du das ein bisschen rumrechnest, und doch, da kommst du schon auf die Werte. Echt? Ja, ja, du kannst, äh, das fängt ja allein schon damit an. Ich mein, du kannst aus, mit Alternativ-Rezepten und alles, kommst du... Oh, was war das? Nur mit Plutonium, mit den normalen Fuel-Rods auf 180.000 Megawatt. Ja, genau. Mit einer Impure, und du kannst ja aus den, äh, daraus kannst du fast wieder die doppelte Menge an, das waren 128, ich hab das ja dann ausgerechnet, das waren dann 100, also du kannst aus dem Müll, kannst du dann irgendwie 128 Kraftwerke betreiben, aus, mit Plutonium. Weil Plutonium verbraucht ja nur 0,1 pro Minute. Und du kommst, äh, das war irgendwie ganz bescheuert, also du kommst auf über eine halbe Million, was ja dann gar nichts verbraucht, oder was dann absolut schnell verbraucht, ist ja dieses Fissionium, oder wie der Scheiß heißt. Genau. Und, ja. Aber warum hab ich mir viel... Hm, ich hab ne Vermutung, was passiert ist. Geh mir mal gucken. Wir laufen einfach hinterher. Ja. Vielleicht hätte ich vorher fragen sollen, braucht mir Filter? Äh, ne, zum AKW, bevor wir zum AKW gehen, kriegt ihr alles. Okay. So. Äh. Wie wir zum Beispiel Toro Fuel, hab ich hier stehen. Hier sind hier unten drunter die ganzen Sachen, da sind noch Generatoren und die Hälfte angeschlossen. Jo. Ich brauche halt ganz gerne hier mit den Stahlrahmen, weil da kann man schön oben die ganze Stromversorgung dran machen und dann hat man nämlich nicht die ganzen Powerpolls durch die Gegend fliegen. Ja. Ja, deswegen hatten wir das auch mit dem anderen Stahlrahmen gemacht. Ja. Ja. Das ist halt einfach, man sieht's halt deutlich besser. Ne. Dann haben wir noch, oh, die, die Bahnstrecke nach oben. Da wird quasi nur, äh, komplett Coal hergestellt erst mal. Mhm. Die wird dann auch hier hingefahren und dann gehen wir mal noch in die, jetzt nicht hier direkt in die erste, sondern wieder fast zurück in die Hypertype am besten. Und ich kann auf jeden Fall sagen, es wird Läng. Es legt selbst bei mir auf dem Rechner, wenn ich da unterwegs bin. Ja, das ist aber normal. Ja, das ist auch noch ein bisschen was getan hier hinten. Ich glaube, ich habe einen bleibenden Hirnschaden erlitten. Das ist super. Das ist super. Das wollte ich auch. Äh. Außerdem habe ich noch vor, Kraftstoffgeneratoren zu bauen, die den Strom für eine kurze Zeit übernehmen können, falls der Strom ausfällt. Was nie passieren wird, aber einfach fürs Feeling. Das ist der lustige Part, das wird nicht funktionieren. Ah. Hattest du das nicht schon vorher? Oder hattest du den nicht schon vorher? Guck mal, der geht schon los. Hui. Und das ist dein Wasserturm? Äh, das ist, ja, das ist der Wasserturm. Da können, ich kann es ja mal reingehen. Ich habe da so mal ein bisschen getestet, was man da für Design nehmen könnte. Mhm. Und, äh, du kannst halt einfach absolut viel Wasser hier reinpumpen, weil du halt auch vernünftig Platz für die Pumpen und alles hast. Ja. Äh, ich versuche das jetzt gerade mit diesem Druckausgleich, dass du nur eine, äh, Wasserleitung hast, die hochgeführt wird und den Druck dann auf alle Leitungen gibt. Ja, ich hatte ja auch jetzt das Problem, dass hier das Wasser nicht hochkam. Ich habe, glaube ich, eine halbe Stunde die Leitung komplett einmal neu gesetzt. Bäh. Runden bis oben, ja. Oh, wow. Liegt das an den Fundamentdurchführungen? Ja. Und auch an den Fundamentdurchführungen. Und das ist richtig super. Und ich hoffe, ihr kommt jetzt mit dem Jetpack bis nach rüber. Müssen wir da oben rein? Ihr könnt auch unten rein. Unten ist, glaube ich. Ja, unten habe ich auch einen Eingang, glaube ich, gemacht. Erstmal gucken, ob er hinkommt. Ich schaffte also, ich bin fast da und habe noch die Hälfte. Okay, ich habe jetzt schon nur noch die Hälfte. Hattest du Turbo genommen oder den Nummer 1 Treibstoff? Ich habe Turbo genommen. Wenn schon kostenlos, dann der gute Shit. Okay, ich stütze ab. Nein. Ich steige. Ohne Anlauf. Oh ja. Sprint, Slide, springen. Ah. Ja, da kommt man deutlich weiter. Das ist echt... Ich hatte Anlauf. Nur nicht viel. Und das Ding habe ich... Das war ein Nachmittag. Also circa fünf Stunden. Warte, 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 warte. Ich fühle mich sehr unproduktiv, muss ich sagen. Ich mich auch. Wollte eigentlich nach dem Hubschrauber Landeplatz machen. Das ist mir nur eingefallen. Es gibt keine Hubschrauber. Dann war es traurig. Hm. Ich leidest du, wenn du C gedrückt hältst, während du läufst. Kannst du auch komplett, um Treppensteller runter zu gehen, kannst du auch die Treppen komplett runter sliden. Seit der ganz nach unten. Wo der ist. Ja, ich laufe hier durch die Gegend. Ja. Auf jeden Fall, das ist... Ein bisschen Strom mit hier produziert. Aber warum hat nicht... Oh Gott, ich denke gerade jetzt den Fehlner. Aber mit normalem Treibstoff, ne? Ja, das ist hier normaler. Das Problem ist, ich habe nicht genug Schwefel momentan. Ja. Weil, das werdet ihr auch noch merken, um hinten allein schon die Turbo View zu machen, habe ich schon den Schwefel da woanders herholen müssen. Der war vorher hinten bei der Stahlfabrik. Und, ähm, später wird es auch noch sehr viel Spaß geben, den ganzen Wumms umzuwandeln. Und die schönen Konverte, da hätte ich nicht mehr fertig entschieden, was ich überhaupt mache. Ja, so geht es mir halt auch. Ich wollte heute eigentlich auch ultra mega produktiv sein und die Turbomotorenfabrik bauen, aber irgendwie bin ich dazu halt nicht gekommen. Was eh noch am besten aussieht, ist eh, wenn man hier drin steht und einfach nach oben guckt. Durch die Tür. Hier, hier landen. Ja, warte, warte. Ich wollte eben, äh, das Exoskelett anziehen. Ich habe mich nämlich gewundert, warum du so viel schneller bist als ich. Oh. Wenn man dann einfach mal nach oben guckt, das ist dann halt auch total schön. Oh, wow. Ja. Das sieht ja echt gut aus, ne? Das, oh, kennt ihr dieses, wie hieß das denn? Ähm, da hattest du auch so einen Turm und dann, ich glaube, das waren so kleine Spielaffen. Figuren und dann so Stäbchen, die du rausziehen musstest. Du meinst SOS, ähm, SOS, Affenalarm. Ja, genau. Ich habe sogar gerade die scheiß Titelmelodie im Kopf, ne? Oh mein Gott. SOS, Affenalarm. Affenalarm. Ziehe ich hier wieder raus und lass die Fall auf die 17 Affen drauf. Äh, ist es aus. Dann immer dieses Kind, was sie mit der Gronung geschrien hat. Oh Gott. Äh, Pese, ich musste auch an, äh, Star Wars denken. In die Kartinerwelt, oder was? Ne, ne, äh, wo hier von Luke die Hand abgeschnitten wird. Out ich mich jetzt, wenn ich, äh, sage, ich habe Star Wars nie geguckt? Ich finde, ich gehe in die Ecke und schließe an Disney Plus ab und gucke das. Ja. Nein, ich werde Star Wars niemals gucken. Oh. Ich habe den ersten Film halt zur Hälfte, nicht mal zur Hälfte geguckt und ich fand ihn grauenhaft. Äh, also Teil 5, äh, 4. Ja, genau das ist es halt. Warum kann ich die Filme nicht in der Reihenfolge gucken, wie sie rausgekommen sind? Ja, dann guckst du Teil 4, 5, 6, dann guckst du 1, 2, 3 und dann guckst du 7, 8, 9. Aber 7, 8, 9 kann man meiner Meinung nach auch einfach in die Tonne treten. Äh, genau. Slash unfollow. No. Bunsy. Oh, ich bin überhaupt kein Star Wars Fan, ne? Gar nicht meins. Ja, ich mag zum Beispiel, also ich gucke nicht, oder ich mag kein Harry, äh, Popper, muss ich ehrlich sagen. Oh, oh. Bitte was? Ne, ich mag kein Harry. Harry Popper gesagt. Harry Popper. Ah, ja, okay. Harry Popper, wie von Meister Popper. Ja, okay. Ne, wie von Simpsons mit dem Schwein. Hä? Wo die in dem, in dem, in dem ersten Simpsons Film, wo die in diesem Dome sind, da hat doch der Homer das Schwein. Ja, das war nur ein Spider-Pig. Ne, das war auch Harry Popper. Das war auch ein Harry Potter-Charakter. Ja. Oh, wow. Ich liebe Harry Potter. Ah, endlich jemand gleichgesinntes. Ja, und du auch. Ja, ich hab... Das Tattoo ist so geil. Ich hab da grad was in die Kamera gezeugt. Ja, das war auch voll geil. Also ich mein, wir können uns wenigstens drauf wahrscheinlich einigen, dass jeder von uns Herr der Ringe gesehen hat. Ansonsten, äh... Harry's a Popper? Oh Gott. Ähm. Ja, Herr der Ringe hab ich auch alle geguckt. Ich bin nur jetzt ausgestiegen bei, ähm, Ringe der Macht. Ne, die, die, ähm... Erste Stoppel hab ich geguckt. Die fand ich so im Media Walker. Und die zweite soll wohl recht gut sein, eigentlich. Meinten die. Okay. So, äh... Ich hab mal Harry Potter gesehen und das war's. Äh, ich fand die ersten... Anime-Fan geht ins Bett, anscheinend. Okay. Ja, hier hab ich wieder mal einen Zen-Garten unter dem Keller noch. Ja. So. Das kann man so schön über die, 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 diese schöne Natur überall noch hier. Oh, hier wachsen Bären. Oh, hier wachsen Bären. Zack, abgegrabbelt. Ja. Ich muss aber sagen, ich hab mir eine, eine Design-Idee hab ich mir bei euch geklaut. Eine einzige. Mit eurem Konnen, äh, wie ihr die Conveyor-Bels und die Rohre mit den Stahlrahmen macht. Musste ich mir klauen. Oh, nice. So, äh... Hilfe, wo seid ihr hingegangen? Wo? Ja, äh... Oh Gott, der Chat bewegt sich so schnell. Äh... Ich fand die ersten Harry Potter-Teile aber besser als die letzten. Ja, ab Teil 6 war's nicht mehr nice. Oder 5 vielleicht schon. Ähm... Lord of the Rings hab ich nie gesehen. Oh mein Gott. Äh... Äh... Bildungslücke? Ja. Äh... Ich hab auch nie gesehen. Jetzt kommt das Beste. Baut 500 Stunden an seiner Fabrik. Kümmert sich um seine Freundin und schaut Serien. Arbeitsstudium oder... Irgendwie sowas. Dann wird jetzt gerade, wird jetzt gerade sich gewundert, was ich mache oder was? Ja, ja. Ja, ein bisschen. Oder wie, wie du so viel Zeit aus einem Tag rausholst. Denk ich. Schlafmangel ist ein wirklich sehr guter Begleiter des Tages. Ja, kenn ich. Schlafmangel ist wirklich absolut super. Man funktioniert dadurch. Man lernt irgendwann nicht seine Grenzen. Und das find ich gut. Ja. So, ähm... Bei Harry Potter geht höchstens die ersten 3 bis 4 noch. Rest ist leider meiner Meinung nach nur noch ein Cashgrab. Ja. Oh, das mit den Fundamenten unten find ich cool. Das ziehe ich unten an die... Ja, sagst du mich eigentlich ganz ständig aus. Du hast die dicken Stahl-Beton-Dinger dran gemacht, ja. Ja. Das sieht echt gut aus. Äh, das ist, ähm... Du musst auch ein bisschen realitätsnah hier sein. Sonst, äh, kriegt er mein beruflicher Monk ja einen mit drin. Äh, ich hab gehört... Äh, ich hab gehört, ADHS ist der tollste Begleiter, um wach zu bleiben, auch wenn man's nicht möchte. True. Und, äh... Pese fragt, wie alt du bist, Peanut? 25, warum? Hörst du mich wieder an wie 3, oder was? Äh, nee. Nein, ich glaube nicht. Eher andersrum. Hm, super. Dies ist super. Kick die Enttäuschung wieder rein. Ja. Das liegt ganz klar im Mikrofon, dass ich so einbückel. Äh, ja. Na, auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Woran denn sonst? Dickock, ich spreche aus eigener Erfahrung. Ja, ich auch. Also, bei mir ist es noch nicht diagnostiziert, aber ich gehe ganz stark davon aus, dass ich ADHS hab. Ich, ich muss zu der, zu der Thematik ADHS muss ich sagen. Ich hab das Gefühl, irgendwie kriegt das momentan jeder. Wirklich jeder. Weil das Internet einen aufklärt. Ah, das Internet. Das Internet. Also, Dr. Google sagt, ich hab nicht nur ADHS, sondern auch noch andere Dinge. Ich hab letztens, mein PC hatte einen Rechner und da kam raus, der hat einen Hirntumor. Dein PC hatte einen Rechner und... Was? Warte, das war zu viel für mein Gehirn. Ich hab gesagt, mein Rechner hatte letztens einen Fehler. Ich hab gegoogelt und rauskam, der hat einen Gehirntumor. Ich hab auch verstanden, mein Computer hatte einen Rechner und bei Google kam raus, der hat einen Gehirntumor. Das fand ich viel zu gut. Verwirrt. Ich hätte noch ein Spielkameraden für mein Rechner, das wäre nicht so. Ich hab noch einen zweiten PC. Ich auch. Und einen dritten. Und einen vierten. Ich hab keinen Jetpack an. Aber den vierten müsste ich noch zusammenbauen. Nein! So. Ne, das mit dem Schlafmalen... Klar, kommt, sieht das anders aus. Okay. Internet is made for porn. So viel zum Thema Aufklärung. Was? Ne, das Internet wurde gemacht im CERN, damit man Daten austauschen kann. Ich hasse so Leute, die sagen, dann tu halt so, als hättest du es nicht. Was? Ja, als ob man sich das einbildet, als ob man das einfach abstellen könnte. Ja, das funktioniert. Ich mein, das ist ja genauso, als wenn man jemanden sagt, der Depressionen hat, ach sei doch einfach nicht so traurig. Ja, das funktioniert. Das ist nicht so, wie es fucking funktioniert. Also, du musst jetzt nicht wieder die ganze Produktion hochlaufen. Du kannst auch einfach bis zum Wassertower laufen. Da ist auch eine Treppe drin, die von ganz oben. Wassertower. Wassertower. Ja, der große Bleistift in der Mitte. Ah, ich falle. Scheiße. So, mit 25 geht's tatsächlich noch, ohne Probleme schlaflos mehrere Tage das Spiel durchzusuchten. Es geht auch noch mit, ich hab schon wieder vergessen, wie alt ich bin, 32. Mit dem Alter klappt das nicht mehr. Bin ich noch nicht so dran. Äh, ich, ist so, hab ich auch schon oft gehört. Ja, das. Also, bei Depressionen hab ich einen Ansatz, der ist vielleicht nicht so ganz verständlich, aber bei ADHS kannst du echt nix machen. Show. Ich find das mit den Halte-Seinen geil. Das kam mir gestern, kam mir das noch so. Ich so, boah, das ist irgendwie so hoch, das sieht so unstabil aus. Ja. Warte mal. Einfach so ein paar Stromleitungen dran und fertig. Eigentlich müsstest du jetzt hier noch so ein... Ja. Moment. Es notscht sich gerade richtig. Und da drauf müsste jetzt eigentlich irgendwie eine rote Lampe. Ja, mir fehlen auch so, zum Beispiel für die Treppenhäuser fehlen mir eigentlich noch so kleine Lampen. Ja, oder Rundleuchten. Oh Gott. Das hat gerade kurz rot geflackert. Wollte ich den Space Elevator hier drauf platzieren? Nein. Nein. Wolltest du nicht, ne? Nee. Dachte ich mir. Nee, so. Stromleitung zwischen zwei Gebäuden ziehen mit Zipline durchrasen. Ah, da bist du aber so langsam. Ich wollte gerade sagen, also wenn du da nicht mit richtig Schwung dran gehst, ist das ultra langsam. Ja, am besten eigentlich die ganze... Also sowieso, wenn man eh der Profi ist, dann tut man die ganze Zeit crouchen und jedes Mal, wenn man aufkommt, sofort springt, dann ist man am Schluss. Oh mein Gott, habe ich keine Lust zu. Was auch geht, was auch eine gute Sache ist, weil ihr die ja jetzt auch habt, die MK6-Bänder nehmen, auf den Boden platzieren, drauflaufen, gebiebelt. Ja, das glaube ich. Da kommst du fast überall hin. Äh, ach da. Beispiel, da hinten, wo ich Diamanten und Co herstelle. Und ich habe mir einfach hier vorne ein Förderband gebaut und bin bis nach der hinten mit dem Jetpack geflogen. Oh Gott. Hast du dich einmal quasi dahin geschossen. Ja. Hast du eigentlich schon mit Portalen angefangen? Ähm, nee. Das Problem ist, ich habe jetzt mal mit einem Kumpel hier gespielt erstmal und der hat aber wieder keinen, hat momentan keinen Bock mehr. Und ich muss quasi momentan alles alleine hier machen. Mhm. Und ich muss jetzt auch erstmal so die ganzen Standardsachen auch mal anschließen. Also ich muss, ähm, die, die, äh, Rahmen muss ich mal alle nochmal neu automatisieren, die Motoren musste ich jetzt nochmal neu automatisieren, Turbomotoren muss ich jetzt mal machen und sowas alles. Ja, also eigentlich das, was wir auch gerade die ganze Zeit wieder machen. Ja, ja, ihr habt das Spiel genauso gespielt, wie ich. Ich habe momentan einen, ähm, Teilchenbeschleuniger am Laufen, der momentan die Nokia-Faster herstellt. Und ich habe da einen Container stehen und einen, äh, Assembler, der halt die Dings baut und fertig. Ja, okay, ja. So ein Kack. So, äh, will mir jemand helfen, diesen Riesengang zu bauen, ist langsam echt ermüdend. Äh, Baupläne, mein Freund, Baupläne. Oh, und ich habe was Geiles gesehen. Die haben hier aus den, ähm, wie heißt diese gleich noch? Teilchenbeschleuniger. Teilchenbeschleuniger. Haben sie Deko reingesetzt und dann sah das aus wie eine Uhr, die von außen beleuchtet wird. Voll gut. Oh, voll. Richtig nice. Also ich will ja nichts sagen, aber wir haben 21.36 Uhr. Tja. Ja, und da ist ein Hut. Äh, Phil, ja, auf jeden Fall. Das bringt echt... auch zum Teil Spaß, traurigerweise Baupläne zu machen, aber dann kannst du halt echt nice alles aneinander klatschen. Ich würde da zum Beispiel auch Kurven und sowas direkt im Bauplan umsetzen. Ja. Aber das mit den Diamanten finde ich geil. Ja. Ja. Ja gut. Brauchst halt auch immer alles den... Nee, was wirklich? Genau. Time Crystals mache ich ja hier aus Seattle. Ja. Die muss halt. Die kannst ja auch aus Öl noch glaube ich herstellen, die Diamanten. Mhm. Würde auch noch gehen, aber ich habe irgendwie das Gefühl, ich müsste Öl demnächst nochmal zum Strom wiederum verarbeiten. Ja. Und da hätte ich hier im Norden noch jede Menge Quellen. Ach, hier sind wir. Ja. Ja. Und oben im Norden ist ja auch nochmal, da sind ja irgendwie 13 Ölquellen und da haben wir auch erst zwei angeschlossen. Ja, das ist total übertrieben. Wir sind halt meistens nur normal oder impure, aber da kommt trotzdem noch viel raus. Wir können aber noch jetzt wieder zurückgehen und dann noch kurz hoch ins AKW. Mhm. Ja. Äh. Wie viel Tickets kostet Fisset, Trigons und Time Crystals? Äh, Momento. Äh, das hat gestern... Petro Koks geht auch und äh, das hat Chaos gestern in seinem Stream gebastelt, das mit den ähm, verkleidenden Teilchenbeschleuniger. Also die Trigon-Dinge, äh, 200 Stück 5 Tickets und die Time Crystals 200 Stück auch 5 Tickets. Oh, das geht ja sogar. Das ist recht günstig für so IT-Sachen. Jo. Okay, danke. Ich hab den Teilchenbeschleuner, hab ich neben der Arbeit gesehen. Nice, dann muss ich mir das Video von dem nochmal angucken. Damit man nicht ganz so langweilig unterwegs ist. Huiii. Huiii. Dieser riesige, dieser riesige Bubble-Kopf. Er sieht grauenhaft aus. Du bist auf einmal so ruhig, ja, ich werd echt müde. Du hast hier ne Wand noch nicht aufgesprengt. Ich hab vieles auch noch nicht aufgesprengt. Der, der Witz ist auch irgendwie gefehlt. In der Version kannst du auch die meisten Sachen einfach irgendwo rausjoinken. Oh. Ja, das ist doch das Problem. Da muss man sie, muss man sie leider abbauen und rübertragen. Ah, das ist auch noch so eine Sache. Manikipp bestimmt als erstes. Hallo, Hilfe. Nein. Ich werd umgerannt. Oh mein, ich bin so müde. Ja. Ich seh, dank der Symbole nicht... Ach, da bist du. Ach. So. Aber bei mir kickt langsam der Hunger rein. Das ist viel schlimmer. Nö. Bei mir auch eigentlich die Müdigkeit. Aber das... Geht eh erst gleich... Fast in zwei Stunden erst schlafen. Ähm. Rumia geht auch gerade von mir. Ich hab vorhin erst geküßt. Ja, ich das letzte Mal um 12. Ja, gut. Ich hatte heute Sport, weswegen mich auch... Er ist jetzt da. Oder er ist um 8 da. Und dann immer direkt danach essen. War denn der Pump... Gottesgleich, oder hast du geschwächelt? Äh... Ich muss, äh... Erhöhen sogar. Oh. Ja. Heute war Triebseps dran. Auf was machst du auch einen Triebseps? Äh... Wir hatten jetzt eine lange Pause. Ich bin jetzt wieder erst mal 17,5 Kilo. Äh... Kurzhantel, oder...? Kurzhantel. Ja. Sauber. Mit... Drei Sätze, jeweils 10 Wiederholungen. Und jetzt geh ich demnächst auf 20 hoch wieder. Uh. Nice. Nach die Zuschauer. Und mein Bruder macht das mit. Und der hat 22,5 Kilo. Hier ist noch ne Mercers 4. Wow. So, äh... Moment. So, Zuschauer. Ich wünsche dir einen guten Abend noch. Ähm... Schlaf gut. Erhol dich ordentlich. Gute Besserung dir. Ich drücke dir die Daumen, dass du nicht krank wirst. Ähm... Das kann man nicht gebrauchen. Das ist immer kacke. Und die Grippe geht grad rum. Inklusive Corona anscheinend. Au, au. Ich sterbe. Na, schön. Die... Äh... Beide... Äh... Äh... Die Sätze haben keinen Zusammenhang. Ähm... Äh... Ich hab Pizzarolle hier liegen. Nice. Äh... Hab mal ein Video von meiner Fabrik aufgefallen. Dann schneide ich das mal. Auf jeden! Das können wir uns dann morgen vielleicht oder die Tage irgendwann mal angucken. So, und äh... Äh... Das Piese sagt auch noch Gute Nacht. Huuuuhh... 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 So... Also ich muss leider auch erst mal wieder mit dem Sport anfangen. Ich glaub ich war beim Kabelzug irgendwo bei 60 Kilo oder sowas. Oder 70. Mhm. Ich hab nur keine Relation, weil ein Kumpel von mir hat, äh... 12% Körperfettanteil, wiegt aber auch 125 Kilo. Ja, warum? Ja, da kannst du dann halt nicht mithalten, ne? Da stehst du dann daneben, hm, oah... Versuchst dann die Gewichte zu bewegen oder so, hm, funktioniert gar nichts. Äh... Das hat bei mir absolut total eigentlich sinnfrei ist zu trainieren, aber muss ich halt machen, sind die Beine. Ja, same hier, weil, äh... Oh, kacke, vergessen zu bremsen. Ähm... Ich hab, äh, hier, äh, Kreuzbandriss und sowas gehabt und das muss repariert werden und mit Muskulatur, äh, stabilisiert sich das halt recht gut. Oh ja, sag's nicht so laut, ich muss mir jetzt demnächst mal einen Termin machen. Ich bin gesund. Hey, Glückwunsch! Hoho! So, äh... So, äh... So, Matthias schreit, wenn's gut läuft, kann man meine Power-Plantin nächstes Wochenende besichtigt werden. Ja, der ist auch so krank wie du, der hat, äh, 320 Generatoren an Turbo, ne, an Rocket Fuel angeschlossen. Äh, das geht noch schlimmer. Ja. Natürlich, schlimmer geht immer. Ja. Äh, 340, sorry. 340. Junge, Junge, Junge. Oh, Entschuldigung, nur so wenig. Oh, lol. Äh... Pese, dass du von Zügen sprichst, will ich nicht von dir hören. Ich seh da ein Logo, da ist ein goldener Zug drinne. Oh. Fix it does not waste and all consume... Hm? Aber das klappt nicht. Wie war das? Man kann mit Adder schreiben. Hm. Ja, vielleicht hat die bei... Hier auch keinen Bock, weil ich ja schon alles, äh, da... Ist ja schon alles, äh, erforscht auch und alles. Ja, das kann gut sein. Sooo... Gasmaske und Hazmat suits sind drin. Und Filter... Lass ich auch da durch. Weichen 25? Ich glaube nicht. Ich lag immer welche hoch. Jo. Filter... Welche Sachen auch noch spaßig werden, richtig damit zu arbeiten, sind hier die... Die... Wie ist denn die Nummer? Alien-Power-Dinge. Hm. Wie lange soll der Zug werden? 20 Wagen oder 50? Ähm... Oh, jetzt kann ich was ausprobieren. I am perfectly in position fast. Oh, es klappt nicht. Du wirst leider nicht nochmal zurückgeschossen. Oh... Okay. Ähm... Also bei Zügen macht es mehr Sinn, so auf, ähm... Drei bis vier Waggons zu gehen, weil sonst, äh, kann... Kommt ja die Steigung nicht mehr hoch. So, ich hab wieder Hazmat Suit an, Gasmaske drauf. Jo. Äh, ja. Dann gehen wir mal da hoch. Äh, wo müssen wir denn hin? Ach, da hinten, genau. Ja. Also 50 Zügen mit drei Wagen. Wat? Wat willst du denn transportieren? Okay. Okay, Trojana hat seine komplette Karte abgedeckt mit nem X. Okay. Ja. Also die Fundamente stehen hier auch schon da drum, dass du komplett rumfahren kannst. Die Strecke ist nur noch nicht gelegt. Oh, meine ganze Fabrik, ach du Kacke. Also bei mir fängt es jetzt schon an zu lecken. Ja, bei mir auch. Ja, das, ähm... Ist wahrscheinlich der Rauch, ne? Mh, ja... Also ich hab's noch nicht ganz herausgefunden, woran das liegt. Aber ich glaube, der hat auch ein Problem damit, ein bisschen diese radioaktive Partikel darzustellen. Ah, okay. Vermute ich, aber ob das jetzt ganz so stimmt. So, äh, wo müssen wir hin? Äh... Ah, da fliegst du. Ich hab den grünen Punkt gesucht. Hehe. Wie gesagt, das ist ja nur das. Ich weiß, warum hier kein Strom produziert wird. Ähm... Ach, übrigens, ich... Ähm... Du hast da keinen Strom. Hehe, ich weiß auch warum. Oh mein Gott. Ich muss mal grad in Bunker 1 gehen und mal gucken, ob ich was richtig angeschlossen hab. Ja, ich hab den... Oh! Hier. Ja, warte. Manni, komm mal hier hin. Ja, bin unterwegs. Mir fehlen so ein paar Megawatt. Hahaha. Oh, wow. Ja. Ich glaub, ich hab auch den Fehler gefunden. Hahaha. Also... Raum 1 darf jetzt wieder gefüllt werden. Ich muss mal grad Raum 2 gucken. Raum 2 funktioniert noch. Das ist schön. Hm, vielleicht leckt es auch deshalb. Weil du hier hinkommst und keine Ahnung so 70 Milliarden Fässer rumstehen. Aber du musst dir mal Folgendes überlegen. Ich hab ein sehr sicheres Kraftwerk. Du läufst über die Catwalks und hast direkt unter dir schönen, sauberen Uranabfall. oder Atomabfälle, die halt total gesund für deine Gesundheit sind. Ja, die machen dieses ganz besondere Peeling. Die total gesund für deine Gesundheit sind. Ja. Da strahlst du richtig von innen heraus. Ja. Richtiger Strahlemann. Da strahlst du für die Ewigkeit. Oh ja. Also eigentlich nur die Hälfte, die andere Hälfte transportiert die Trucks. Oh Gott. Aber ich schaffe es mit zwei Zügen 1950 pro Container zu liefern. Ach, hi Ada im Chat. Hi Ada. Also ich meinte mit, dass ich mir natürlich die... die sauberste Lösung ausgesucht habe. Oh, guck mal. Da ist Trojana. Hallo Trojana. Hallo Trojana. Oieieiei. Oh. Äh. Tell me a joke. So hier, das ist auch einer der Räume mit der Endlagerung in der Fersebank. Ich habe euch verloren, ich war mit Ada beschäftigt. Äh. Da die Tür, da ist die Tür unten. Rechts, rechts, rechts. Ah, da. Ich bin auf der Arbeit. Oh boy. Ja. Das können wir im Server leider nicht so betreiben. Mach dir da keine Hoffnung. Das dauert ungefähr 24 Stunden, dann ist das Teil komplett voll. Ja, man... So viel ist das jetzt nicht, dass da rauskommt, aber das ist eine schöne Menge. Ja. Äh. Vor allem... Wie viele AKWs hast du hier? 14 Stück. Mhm. Äh, wir haben 50 geplant. Ne, 64. Ach, scheiße. Also, ja, und ich hatte jetzt, oder ich hatte ja jetzt eins geplant. Ähm, das wären... Ich muss mal gerade nachrechnen. Äh, und die Fabrik wird doppelt so groß wie eure, vielleicht sogar dreimal so groß. Oh Gott, ja okay, da kann ich das mit den Zügen verstehen, aber vielleicht dann nach und nach erhöhen die Zuganzahl und nicht 50 Stück draufpacken. Ich glaube, dann kann es passieren, dass dein Spiel nicht mehr läuft. Also, ich könnte nur mit der einen Quelle, die hier steht, 192 Kraftwerke betreiben. Äh. Mit der einen Uranquelle, meinst du? Mit der einen Impio-Uranquelle, wenn du es richtig machst, kannst du 192 plus, also das ist jetzt nur was du mit, äh, was du vernünftig rechnen kannst, rauskommen würde. Und es wäre eine Gesamtleistung von 480 Gigawatt. Ich habe eine kurze Frage, ist das richtig, dass hier das Förderband fehlt? Ja. Okay. Du kannst ruhig eins anschließen, aber ich weiß nicht, warum du aus dem Endlager den Müll erstmal rausfuhren willst, denn nirgendwo hingehen kann. Äh. Ich wusste nicht, wo, weil da... Achso, das sind zwei... Naja, okay, ich verstehe. Äh. Für jede, für jede, äh, ich habe das Ding in zwei Blöcken gebaut, deswegen. Ah. Ich habe einmal den linken Block und einmal den rechten Block. Also, Trojaner, ich hätte da eine Alternative für dich, damit wir dich von der Arbeit erlösen. Äh, du nuckelst mal hier dran, was sagst du da? Oh mein Gott, ich habe keine Filter mehr. Und tschüss. Ich habe Gewehr, du musst sie rausziehen. Oh, ich werde wiederbelebt, ich habe trotzdem keine Filter mehr. Und tot. Ja, da sind noch 25 Stück drin. Oh. Oh. Ich werde noch 25 in der, der Menschen. Ja. Äh. Beleb mal wieder, dann... Oh. 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 Nein, wenn ich dich wiederbelebe, sieht es... Oh wow. Sieht es einfach so aus, als würde ich nur neben dir stehen. Ja, bei mir passiert auch nichts. Oh. Das wird zu langsam. Kann die einer hier auf den Boden schmeißen? Ja. Ah. Genau mit Null Leben. Meinst du, das Spiel ist auf einmal MSI Laptop perfekt läuft, ohne laut zu werden? Ich glaube nicht. Das wird, äh, ein Brummfaktor, wenn du 50 Züge, ah, 30 Waggons laufen lässt. Äh. Ich kann so viel sagen, selbst Warnrechner ist schön laut dabei. Ja. Äh. Hoch. So. Äh. Trojaner. Ja, kein Problem, bin dabei. Hm. Hm. Na, um, äh, frei zu bekommen, ist, äh, Selbstverletzung kein... Das sollte man nicht tun. Man muss es nur so aussehen lassen, ja. Es ist eine Selbstverletzung. Äh. Äh. Ne, andersrum. Es sollte nicht so aussehen wie Selbstverletzung. Ja, das strahlt hier alles so hübsch. Ja, ich meine, das meinte ich halt eben, wenn du an so AKWs arbeitest, wie schnell die Filter an der Seite durchwandern. Das ist halt der Wahnsinn. Ja. Ja. So. Äh, ich mach alles. Oh Gott. Und wenn, sollte es ein Arbeitsunfall sein? Genau, Arbeitsunfälle sind die besten Unfälle, weil das wird von der BG finanziert und du hast dann, wenn du auch noch in die Reha musst, ein entspanntes Leben. Äh, wenn die läuft, hast du doppelt so viel bei mir. Ja, oh mein Gott. Ja, ne. Äh. Ich bin gespannt auf unsere Fabrik, wie verstörend die wird. Meinst du unsere 50 AKWs, oder? Ja. Ja. Ähm, welche Fabriken brauchen wir eigentlich noch, um die AKWs hinterher betreiben zu können? Außer alle. Aber welche genau waren das nochmal? Äh, alle. Wir brauchen 50, äh, Manufakturen. Äh, und 50 von diesen Mischern, die hier stehen. Ja. Also das hier mal 10, was hier oben gerade steht. Ja, gut. Nur, dass wir mit alternativen Rezepten arbeiten. Mhm. Gut, das war halt wirklich Anfang, ich brauchte Strom, hab ich gebaut, das reiß ich demnächst wieder ab. Äh, die sind in meinem Fall wäre Arbeitsunfall wahrscheinlich tödlich. Hm. Hm. Also, warte, äh, ist das irgendwie Privatpatienten auch? Ja, also als BG-Fall bist du ein reiner Privatpatient und hast echt gute Vorteile. Ja. Äh, kann ich echt aus Erfahrung sprechen. Ähm, äh, was ein geiler Satz. Ja, auf jeden Fall. Satzbau 1. Ähm, ja, du könntest, wenn du mit der Rangier-Lock dich genug ranfährst, dir vielleicht mit den Dämpfern den Finger brechen. Nicht zu doll quetschen, nur brechen. Weil du da was schmieren musstest oder so. Ich hab mich verlaufen, ich hab mich verlaufen. Einfach nach draußen gehen. Ja, du bist witzig, hier ist nirgendwo draußen. Ja, doch. Wo bist du denn? Ich kenn den Teil des AKWs nicht, wo bist du? Ne, Treppe runter, ein, ein die Treppe runter. Ein die Treppe runter. Hä, draußen! Frische Luft, mit bisschen Atommüll, aber bisschen frische Luft. Ich hab mich in meinem eigenen Atomkraftwerk verlaufen. Ach, das find ich gut. Äh, oh, das wird schwer. Die Karre ist von 1976, bremst nicht so präzise. Hm. Ach, paar Spuren. Bisschen Sportbremsanlage drauf machen, dann klappt das schon. Bisschen Schwund ist immer, also. Äh, ja, ja. Also, da musst du dich für irgendwie den, äh, den, den kleinen oder Ringfinger entscheiden. Irgendwie sowas. Irgendwas, was halt nicht mehr brauchst. Klein Manni möchte aus dem Spiele-AKW abgeholt werden. Manni, ich bin müde, okay? Das Kind kam mit nem strahlenden Nächteln wieder raus. Ja, toll. Und nem Silberblick. Ich bin zuhause, hä, warum leuchtet das? Äh, das erinnert mich immer an die, ähm, wie heißt das gleich noch, ähm, an die Minions, äh, mit dem Knicklicht. Ich bin gestorben. Oh, ich könnte jetzt so einen schlechten Witz machen. Einen wirklich so schlechten Witz. Oh. Oh. Okay. So, äh, und drei Arme, ja. Den kleinen Zeh könnte ich opfern, der stört nur, ähm, nur beim Kleiderschrank finden. Oh ja. Im Dunkeln. Bei mir auch tagsüber. Oh. Habt ihr Lust auf eine kleine Horror-Story? Oh. Ich hab mir mal den kleinen Zeh gebrochen. Oh. Oh. Ja, ich war im Schwimmbad und da hat ne, da war ich zwölf oder zehn, da hat ne Fuge in einer Fliese gefehlt und da ist der Zeh hängen geblieben und ich bin weitergegangen und der Zeh blieb stecken. Oh, 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 oh. Und irgendwann war er raus mit Knochen splittern. Oh, schön. Ich werd das nie vergessen. So, ich glaub, ne Woche bevor wir in den Skiurlaub fahren wollten, kam mein Bruder in die Küche, hat sich den, hat sich den Daumen gehalten und meinte so, ja, ich hab ein Problem. Ich hab mir grad mit der Axt die Daumenkuppe abgehackt. Hahaha. Oh, shoot. Das Geile war, er hatte halt den Daumen dann verbunden bekommen und hat halt immer den Daumen nach oben gehabt und dann haben wir ihn gefragt, ja, wie war der Urlaub und er hat einfach nur immer den Daumen nach oben gezeigt. Oh, wow. Also, ich wurde mal vorm Urlaub, wirklich, ich bin von der Schule gekommen und wir wollten genau da losfahren, in den Urlaub, wurde ich vorm Auto angefahren. Hahaha. Wie viel Pech willst du haben? Das war dann so, okay, wir machen Zwischenstopp im Krankenhaus, kontrollieren, ob das eine Gehörnerschütterung ist oder ob wir weiterfahren können. Geht sehr gut, ne, 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 ne. Der schafft das noch. So, kennst du die Band Erste Allgemeine Versicherung und das Lied Burli? Ne, das kenne ich nicht. So, jetzt gibt es ganz viele Auas. Das ist aber nicht eure Map, oder? Ne, das ist, äh, Peanut seine Präsentation. Er kriegt eine, ähm, Eins mit Nudelsternchen. Ah. Genau. Ich tippe sie hier. Äh, Moment mal. Ne, das Einzige, was ich mal im... Strom müssen die Reaktoren laufen und die laufen, brauche ich Wasser. Ja, zum Hochfahren brauchen die Strom, auf jeden Fall. Danach sind die selbst betreibend. Äh, die ist von Peanut. Ah, okay, wirkt so unproduktiv. Ja, stimmt. Warte mal. Das Einzige, was ich mal hatte im Schwimmbad war, es gibt ja diese Matten, die so auf diesem, auf dem Wasser schwimmen, die die schon mal, äh... Oh, das hatte ich auch, vielleicht. Und da war so eine Öse, womit man das am Seitenrand festmachen kann und ich wollte, ich stand auf der Matte und wollte von der Matte runter springen und ich weiß nicht wie, aber ich hab mir so'n, also... So, also... Ich weiß nicht mal, wie ich das beschreiben soll. Ich hab mir einen Hautlappen und ein bisschen Fleisch mit an dieser Öse abgerissen. Und dann hab ich nur gemerkt, wie es wehtat. Ich halt meinen Fuß über Wasser und ich bin dann quasi mit dem Fuß über Wasser irgendwie zum Seitenrand geschwommen. Und dann so, ähm, Entschuldigung, ich bräuchte mal Hilfe, irgendwie blutig ein bisschen und das lief es schon und lief und lief und die nur so, oh mein Gott. Oh... Äh, Trujana, gestern noch zum Schluss mitbekommen hast einen guten Musikgeschmack. Danke, das sagen nicht viele. Die sind dann eher verstört und fragen mich, was mit mir falsch ist. Ähm... Äh, zum Schwimmbad und zu diesen Matten hätte ich auch eine Story. Als ich acht war, gab es eine neue Matte im Schwimmbad. So, ähm... Und die war so neu, äh... dass die noch nicht eingearbeitet wurde. Und dann bin ich, äh, da drauf hin und her gerutscht und hab mir äh, die oberste Hautschicht vom kompletten Bauch abgetragen. Aua. Ja. Das hatte mein Dad mal mit diesen... Es gibt ja diese... Schaumstoff-Surfboards. Ja, das... Für einen Strand und da ist der halt drauf gewesen und ist dann aufs Wasser geschwommen und dadurch, dass da halt immer ein bisschen Sand zwischen war, hat er sich halt die Brustwarzen aufgerieben. Aaaaaaah. Aua. Ja. Was ist mit dir falsch? Das Schlimmste, was ich bisher hatte, ja... Das Schlimmste, was ich hatte, ich bin mal von 5-Meter-Brett springen, bin oben ausgeruscht und hab einfach um mit dem Bauch klatschen. Ah, das ist auch... Ah, das hat so gezwiebelt. Oh, shoot. Äh, äh, Peanut will seine Fabrik zeigen und ihr erzählt Horror-Stories. Ja, das ist schon mal Vorbereitung, weil wir fangen jetzt an mit dem Bergfest. Wir haben jetzt Mitte Oktober, morgen ist der 16. Das heißt noch 15 Tage. Bis Halloween. Ja, ich bin am Samstag übrigens nicht... Also, ich werde nicht streamen am Samstag, weil ich da im Moviepark bin bei dem Horror-Halloween-Special. Ahahahahahahaha. Da müsstest du ne Kamera mitnehmen. Warum lachst du? Ach, nur so. Ach, ja, Truala, Bergfest auf nem Mittwoch, wie passend. Haha. Haben wir nicht erst Dienstag? Ja. Aber morgen ist der 16. Also Mitte und dann passt das. Achso, morgen. Ja, okay. Ich dachte, ja, okay. Ja, ist das... Ich muss jetzt schlafen gehen, Leute. Ich bin wirklich müde. Äh, Pese. Wir halten dich ja nicht auf. Nee. Ja, doch. Wir sind selber. War ich auch mal, fand's total öde. Hm. Gute Vorbereitung. Also, die Darsteller sind super gut, aber in die Horror-Häuser kriegt mich auch keiner rein. Ja. Aber da passt das Kommentar von Pese. Äh, IHL-Stream mit ein Kaktus. Da... Besonderer Fokus auf Kack. Ich weiß nicht, hatte Trojaner die Stahlproduktion gesehen überhaupt? Oh, nee. Wenn der meinte, dass das hier alles unproduktiv ist. Nee, nee, wir sind unproduktiv, du nicht. Achso. Ich hab einfach nur einen absolut Grandiosen an der Waffe. Ja, ich auch. Ich muss auch ins Bett. Äh, U-Tomatic. So, ich geh auch schlafen. Viel Spaß noch. Dankeschön. Ich glaub, ich werd jetzt auch Feierabend machen. Ich auch. Ich muss schlafen. Okay, dann zeigen wir noch eben das Moped. Äh, baut mal eine Freiburg, die ganz so groß ist, wie die ihr baut, wo nur ein Alien-Power-Maltrix hergestellt wird. So, Leute, ich schick euch jetzt einfach erstmal an der Kock noch weiter. Ob ihr dann in den Feierabend entlassen werdet oder nicht, ist mir egal. Ich muss jetzt schlafen, beziehungsweise ich muss erst mal duschen gehen und dann schlafen. Und das wird schon wieder viel zu spät. Ich wünsche euch noch eine wunderschöne gute Nacht. Und dann bis... Mit Donnerstag. Ja, genau. Bis Donnerstag. Und bei ihm bis morgen. Genau. Vielleicht hört... Vielleicht schreibt man sich. Genau. Bis denne. Bye, bye. Bis denne. Gute Nacht. Schlaf gut. Bis die Tage. Jo, ciao, ciao. Lass mich alle allein. Ist schon gut. Ey, ich bewege mich in Mops-Geschwindigkeit gerade zu der Fabrik. Ich dachte, ich zeige dir... Statt die HyperTube zu benutzen. Ja. Das wird natürlich jetzt auch super schön da oben in der Fabrik sein, weil einfach es dunkel ist und das Licht oben absolut die Hölle ist, wie dann eine Grafik hat. Naja, ich habe die Grafik gleich so runtergestellt. Was zur Hölle? Achso, es wurde graded. Ich habe Sounds, ich habe Stream-Alerts von Twitch aktiviert und die haben auch Sounds. Das war grad sehr irritierend. Ah, du bist doch da. Jetzt lockt sie auf dem Dach aus. Ja. So, das hier ist die Stahlfabrik und wie ihr seht, musste ich meine Grafik ein bisschen runter. Aber das passt perfekt, dass hier so nach und nach das Licht mit dazu geschaltet wird und flackert. Das sieht mir mehr nach größtenfach aus. Nee, das ist einfach nur... Maxi... Nee, anders gesagt. Man muss wirklich sehr effizient halt denken. Nun, das ist effizient. Äh, ich sag euch hier auch mal tschüss. Bis die Tage. Bis die Tage. Ciao. Ciao, ciao. Gute Nacht. Das war ein absoluter Kampf, dieses Ding. Ja, definitiv. Das sieht auch danach aus. Und ich habe erstmal noch voll lange gebraucht, um es überhaupt zu verstehen. Es kam nicht genug Schwefel an. Woran lag es? Ich habe hinten irgendwo einen MK5-Lift gebaut. Oh. MK6. Oh, ja. Bis ich den gefunden hatte. Oh. Kann ich verstehen. Da kann man auch eine Anfälle bekommen. Aber was will man mit so viel Stahl? Die Gegenfrage ist, warum nicht? Das ist ganz einfach. Nee, braucht man. Braucht man. Das ist echt bescheuert. Ja, und vor allem, dann brauchst du dir keine Sorgen mehr machen, ne? Ja, das hatte ich ausgerechnet, 2600 Rohre und 1350 Träger kommen raus aus dem Ding. Kannst du noch erhöhen, wenn du anfängst mit den Zusatzrezepten mit Concrete. Aber da hatte ich ausgerechnet, da bräuchte man irgendwie fast 22.000 Concrete oder irgendwie sowas. Oh Gott, nö. Ja, und das dann wieder vernünftig zu machen, das ist absolut bescheuert. Ja, Trojaner, das ist jetzt hübsch gebaut. Das letzte Mal, als ich da war, standen hier nur Plattformen. Da waren hier nur die orangenen Gerüsten mit den Fabriken drauf und sonst nix. Ach ja, und unten. Ja? Allein das, ich habe auch so kleine Details im Dach zum Beispiel, sind überall Dachfenster drin. Also du hast wirklich an den Wandseiten vom Dach, ist jedes Mal immer noch ein Fenster drin. Ja, ich sehe es schon. Und damit man euer Mind richtig fuckt, das ist alles händisch positioniert worden. Eingestellt. Ich habe nämlich nicht mit Blueprints gearbeitet. Ja, also das ist Blueprint-free. Ich baue gerade Raum, der groß ist und sich unterwegs sein will. Oh, komm, die TAS-P, das ist zu doof, zu Blueprint-free ist und No-Front. Nee, das hat damit nichts zu tun. Du denkst manchmal nicht dran, das ist das Problem. Ja, ja. Ich musste auch aktiv dran denken. Ich habe mit einer Idee angefangen. Ich habe das dann irgendwann, okay, komm, fängst du mal an, machst du ein paar Plattformen. Ja, und dann standen schon die halben Regale. Dann war das schon vorbei. Vor allem sah es wirklich aus wie Ikea-Regale. Also 15 Billi-Regale aneinander gespaxt und da drin sind so Fabriken. Ein paar Böden reingelegt. Ja. Ich warte, bis die Legos jetzt rauskommen, dann kann ich das einfach eins zu eins mit so Billi-Regalen nachbauen. Bis du irgendwie erst mal 7000 Euro losfielst, weil du die ganzen Fabriken als Einzelsets kaufen musst. Dann habe ich nur zwei. Ja, oh Gott, oh Gott. Naja, aber ich werde jetzt auch in den Feierabend gehen. Ja, mach das. Ich entlasse dich mal aus dem Wahnsinn. Dankeschön. Danke für die Tour. Hat Spaß gemacht. Und dann sieht man sich im Chat wieder. Ja, und ich werde mich jetzt noch verabschieden. Also, danke nochmal. Weißt du auch, wenn ihr irgendwann auch noch bescheuerte Bauprojekte habt, ich kann auch euch da helfen. Das ist auch kein Problem. Ja, das können wir bestimmt auch mal umsetzen. Ich mag großen daran. Oh Gott. Ja, mal gucken. Das Projekt, wir haben ja noch 1600 Nuclear Waste, der verarbeitet werden muss. Jo, das wird super. Ich habe gedacht, ich wäre größenwahnsinnig. Nee, das AKW, da bin ich den Größenwahn verfallen. Ich soll selber streamen. Das Problem ist, wenn ich selber streamen würde, ich kann teilweise Spiele nicht so lange spielen. Also, Satisfactory geht. Aber das würde dann irgendwann zwischendurch damit enden, dass ich dann irgendwas anderes zocken würde. Oder man hätte dann einfach so ein 12 Stunden Stream Arma. Wenn ich richtig Bock drauf habe. Ja, da gibt es bestimmt auch Zuschauer für. 12 Stunden lang einfach in der Wiese liegen und warten, da sollen dann vorbeikommen. Oh Gott. Naja, also, danke nochmal und dann sieht man sich die Tage. Man sieht sich die Tage. Ciao, ciao. Ciao. So. Und dann auch nochmal allen, ähm, so, no fronted, lieber doch, kommt günstiger. Ja, ich entlasse dich nicht, außer aus dem Job des Streamers Spaß. Schönen Abend noch und eine gute Nacht bis morgen in einem neuen Stream. Phil, Dankeschön und Matthias, gute Nacht und schönen Abend dir. Und, äh, genau, morgen 18 Uhr geht's weiter. Pese, genau, hat er ja gerade euch fort rausgeschmissen. Also, Freunde, ich wünsche euch eine gute Nacht, schlaf gut, habt einen schönen Abend. Trojaner, du schaffst das schon, ich drück dir die Daumen, du kriegst das hin, ähm, du hältst das aus. Und, ähm, dann sieht man sich dann morgen wieder, ähm, danke fürs Dabeisein und danke für die ganzen Subs von Pese. Das war wieder völlig übertrieben und heiltlos. Mein armes Herz. Genau, und dann bis morgen 18 Uhr. Wir sehen uns in einem Video oder in einem weiteren Stream wieder. Tschüriö und auf Wiedersehen, gute Nacht, schlaf gut und nicht zu lange Suchtes spielen. Bis denn, Antenne, auf Wiedersehen, bis Brian, hauen sie rein. Ciao. Oh! Oh!